Zwei Tomade, Podcast, nur eine Pause, Podcast, Zwei Tomade. Zwei Tomade. Man nennt mich nicht ohne Grund den Bollywood-Star. Du bist ganz gut darin, gut zu klingen, wenn du Auto-Tune anmachst. Ja. Also auch sehr orientalisch. Okay. Und sehr gut. Und sehr gut. Dankeschön an der Stelle an Yoshi, geht raus, die uns ein wunderschönes Intro hier zusammengezwiebelt hat. Falls ihr auch Intro-Vorschläge habt, könnt ihr die jederzeit gerne uns schicken auf YouTube hochladen oder an Arthur ohne h at zweitomade.de schicken. Bitte? Die Witzbolde, ne? Was denn? Bei adu at zweitomade.de. Witzbold. Hallo, ich bin Klaus, ich wollte euch eigentlich eventuell was machen, aber ich bin zu faul, ihr macht es selber. Drei, vier Leute haben das geschrieben. Ich würde euch gerne ein Intro machen, aber ich habe auch keinen Bock. Gar keinen Bock. Einer war so gnädig, hat uns Vorschläge gemacht. Vorschläge, oder? Vorschläge, die man machen könnte, wenn man nicht zu faul wäre. Das ist ja so nett, was man Sachen machen könnte. Aber müsst ihr auch nicht, ist ja nur so eine Idee. Du, bevor wir richtig in die Folge reingehen, ich muss mal ganz kurz was machen. Ähm, ich muss mal ganz kurz was machen. Was denn? Ich muss mich ein bisschen entschuldigen für die letzte Folge. Also von meiner Seite aus. Ähm, ich habe da ein paar Sachen gemacht, die waren so ein bisschen in, ja, ich würde schon fast sagen, so vor Pubertära. Aber ich bin euphorisch Lust und Laune, äh, die irgendwie mir jetzt so eine Woche lang richtig auf den Schultern lagen. Ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen, ähm, da einfach dumme Witze gemacht zu haben über ein Thema, über das man keine Witze macht, gerade weil es noch so aktuell ist. Äh, dementsprechend auch nochmal gerne mein Verweis hier rauf. Es ist einfach dämlich und das Z-Wort muss man jetzt nicht irgendwie dann durch den Raum schmeißen, gerade wenn es nur eine Riesendebatte darum gab. Und da war ich einfach schlecht informiert, dumm gemacht. Ich empfehle hier nochmal gerne die beste Instanz, heißt es glaube ich, von Enisa Armani, die da eine Runde mal zusammengestellt hat, um auch darüber dementsprechend zu diskutieren. Und man macht es jetzt nicht unbedingt besser damit, wenn man es dann irgendwie selber nochmal in dummen Witzen macht. Also es tut mir wirklich leid, äh, da war ich einfach dumm. Da habe ich auch ein paar, äh, immer noch muss ich sagen, also Dankeschön auch an euch da draußen, immer noch sehr nette, aber schon ein bisschen geladene Nachrichten bekommen. Verständlicherweise, also ich bin voll auf eurer Seite, ich möchte mich da nochmal entschuldigen, dass zum Anfang dieses Podcasts, äh, ich hasse Alkohol. Das können wir einfach mal ganz kurz festhalten, darauf will ich es nicht schieben, aber es hat auf jeden Fall was rausgebracht, was, äh, was irgendwie, ja, ich sag mal so, ich sag mal so, die Folge war eigentlich 35 Minuten länger. Wir haben schon ordentlich was rausgeschnitten. Stimmt, ne, das war ja viel länger. Ja, ja, ich hab, ich hab... Wir haben echt, wir haben noch ein paar Sachen rausgeschnitten. Also das war auch am Ende, als wir hier saßen, hatten wir schon eine Sache gesagt, die wir rausschneiden, die war aber nicht so lang. Und dann haben wir am nächsten Tag geschirpst, schirpst, meine Nachricht, weißt du was, wir haben entschieden, wir schneiden noch das raus. Ja, ja. Für mich war einfach nur, äh, ach nee, also tut mir wirklich, also, äh, sorry. So. Aber wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Genau. Ähm. Darf ich nochmal kurz? Bitte. Bevor wir in die Folge reingehen. Wir sehen es jetzt, wir sehen es jetzt gerade, eben gerade haben wir es gesehen. Wir hatten das Problem und haben es immer noch ein bisschen, ist alles noch nicht so ganz für die Videoleute unter euch. Ist alles noch nicht so ganz optimal. Also jetzt gerade, bei mir, hier geht's, ich bin hier im Wild, mh, mh, muss ich ein Schlückchen nehmen aus meiner Tasse. Und wenn wir jetzt nochmal kurz in die Totale schalten könnten, da sehen wir, dass es jetzt hier ausgebrannt ist ein bisschen, weil wir ein bisschen heller sind. Wir arbeiten noch dran, das alles so zu optimieren, dass es irgendwann vielleicht reingehen wird. Aber danke schön fürs positive Feedback. Ja, sehr viel positives Feedback. Ein paar Arschlöcher dabei, so vereinzelt, kommt ja vor, aber die meisten, 99 Prozent. Aber halt nicht so böse Arschlöcher. Also ich meine, ihr habt ja vollkommen recht, da haben uns Leute geschrieben, hey, jetzt macht ihr noch Clips daily von dem Podcast auf dem Kanal, damit ihr mehr Kohle macht. Und wir so, ja. Ja. Hä? Natürlich zwei Jahre lang das Ding gerade zu pumpen, um Minus zu machen. Jetzt wird mal, jetzt wird hier zurückgezahlt. Das hier steht rein im Zeichen des Geldes. Wir sind im Prinzip das kleine Winkelkätzchen der Podcast. Und jetzt, und jetzt machst du Chit-Chit, Alter. Nee, oh Gott, das musst du jetzt auch gleich wieder rausschneiden, wenn du die Winkelkatze machst. Warum denn? Ja, weil da doch wieder einer kommt und sagt, ja, ey, sorry. Ey, du kleiner Hitler da. Oh, nee, nee, nein, nein, nein. Also, wir stellen auch bald noch eine, wir darfst du ja einmal das Merch rausbringen müssen, so eine kleine Winkelkatze. Winkelkatze. Das ist ja eigentlich nur, damit es Business gut läuft, ne? Glaube ich. Machen die das immer. Macht die das? Macht die das Business gut? Ich glaube schon. Die Winkelkatze? Ja, ich glaube, wir bräuchten mal hier. Ja. Kann bestimmt, äh, kann bestimmt der nächste Gast, der kommt, bei der nächsten Folge mitbringen. Oh, ich weiß schon, wer es ist. Ich weiß schon, wer es ist. Das ist so ein Mensch, der hat sowas in seinem Lager. Ich weiß schon, wer es ist. Ich weiß schon, wer es ist. Ja, aber ganz kurz nochmal zu der Person, die dann wirklich, ja wirklich schrieb, oh, ihr macht jetzt nochmal die Clips, damit ihr noch mehr Clicks rausholen könnt. Wo wir nochmal betonen müssen, ja. Ja, erstens, ja, es ist viel mehr Clicks, es ist viel Geld. Ja. Es ist nur für Geld. Irgendwann rauskriegen. Wir, habt ihr mal gemerkt, dass wir keine Inhalte haben, jetzt wollen wir Geld verdienen damit. Es ist tatsächlich, es ist noch auch dafür da, dass man zum Beispiel jetzt mal sagen kann, ey Klaus, hast du letztens den coolen Clip von den, äh, die eine Stelle gesehen? Und dann kann man sich die hin und her schicken und dann können Leute damit, es ist ein Service, es ist ein Service, wollte ich sagen damit. Sogar so ein Service, das Z davor steht, ein Service. Service. Damit die Leute sich die einzelnen Themen hin und her schieben können. Und wenn das jemand nicht möchte, dann kann die Person auch einfach darüber hinweg gucken. Richtig. Und ansonsten, falls ihr noch Kritik habt zu Tamay, macht ruhig weiter, weil das betrifft uns nicht. Kommentare und Engagement ist sehr gut. Und falls ihr ansonsten nicht abonniert habt, macht das doch mal. Weil der YouTube-Kanal, der würde jetzt toll und schön. Warum bist du denn jetzt so irritiert? Sag doch nochmal was, da freuen sich die acht Leute wieder. Jetzt mach mal das Mikro, leg das hin, leg das hin jetzt. Der redet jetzt wieder rein. Ich find das schön, wie ihr meinen Rücken habt. Das ist wirklich toll. Ja, ich hasse Rücken. Ist das die Minutenanzahl? Das ist die Minutenanzahl. Ich find das toll, dass du jegliche dritte Mauer hier zum Komplettentürst. Das mach ich gerne. Also ihr merkt, wir sind kritikfähig und kritikresistent. Wir können damit gut umgehen. Da könnte ich am liebsten zum Zitat der Woche. Aber das haben wir mal im Hinterkopf. Ja. Mit was fangen wir an? Mit was fangen wir an die Woche? Was passiert? Du hast so einen kleinen Laptop dabei, hast du Themen mitgebracht? Geil, ne? Ich hab so einen Tablet-Laptop dabei. Ich hab Themen dabei, ja. Format. Ich hab Themen dabei. Bin ich mal gespannt, ob sich das überschneidet jetzt. Da bin ich mal gespannt, ob sich das überschneidet. Ich hab so Kleinigkeiten mehr dabei, glaube ich. Was ist denn? Hattest du mal eine Großigkeit dabei? Ich hatte große Sachen dabei manchmal. Was denn zum Beispiel? Ja, große Themen. Beiden. Ich hab beiden vorausgesagt. Ich hab vorausgesagt damals, dass Biden Präsident wird. Das ist ja wohl keine Kleinigkeit. Du warst das, ne? Ich war das. Deswegen mussten wir auch so lange weg. Wir mussten ganz viel Marketing machen, Milliarden an Budgets hin und her werfen in den USA und so. Wisst ihr noch, wisst ihr noch Biden? Wir waren's. Also Arthur hauptsächlich. Hat er da wenig mit zu tun? Nein, ich hab natürlich ein paar Themen dabei. Aber ich hab eine Sache, die ich halt super lustig finde. Und deswegen, auch wenn sie nicht so groß ist, ich will sie kurz erwähnen. Es ist mal eine kleine Überraschung, die ich mitbringe. Und zwar, hast du schon mal gehört von der Sache, die heißt Umarel? Nee. Umarel? Nee. Noch nie gehört? Nee. Können wir das vielleicht nebenbei kurz googeln? Umarel? Dass wir vielleicht auch Bilder dazu zeigen können. Und zwar, ich dachte erst, das ist ein Scherz. Ich hab das irgendwo gesehen. Es war, glaub ich, irgendwer hat das getweetet oder retweetet. Ich glaub, es war Casey Neistat. Neistat. Der ist Neistat. Na, Stuart. Okay, mein Kumpel, Casey Neistat. Der hat gepostet, hier, Umarel, seh ich mich, wenn ich mal älter werde. Mhm. Und ich dachte, es wäre ein Scherz, aber es ist wie bei South Park oder bei anderen Sachen, wo dann immer drunter steht, Google that shit, it's real. Es ist real. Es heißt Umarel und es bezeichnet ältere Herren, also Rentner, auch Herren. Es gibt anscheinend nur Herren in Italien, die, also weil sie halt in ihrer Rente sind und anscheinend, weil sie nichts anderes zu tun haben oder weil sie es einfach toll finden, mit ihren Händen hinterm Rücken verschränkt an Baustellen stehen und zugucken, wie Leute arbeiten. Das ist eine eigene Begrifflichkeit. Ja, es heißt Umarel. Da gibt's Merch von, da gibt's so Figuren von, wie so ein Opa, da steht mit Händen hinterm Rücken verschränkt und also Vorliebe ist auch an Straßenbaustellen. Das finden die am besten. Vielleicht finden wir da ein paar Bilder. Ach, jetzt haben wir, ja gut. Ja, okay, das ist nicht schlimm, aber ist okay. Ja. Umarel. Umarel. Da gibt's Merch von. Da gibt's Merch von. So wie unser Merch auf zweitomate.de. So wie unser Merch. Kurz nur zwischendurch, weil sonst sind wieder, sonst sind wieder die Heribert sauber. Aber machen wir weiter. Äh, ja, also hier, ja, hier ist irgendwie. Umarel, ja. Hier, was war's da, komm mal. Äh, wir, wir, wir lesen es euch kurz vor. Also hier steht drauf, Umarel, Umarels und dann jetzt ich, äh, welchen Akzent möchtest du? Such dir was aus. Äh, hast du, hast, äh, ich hätte gerne den Ostdeutschen. Ostdeutschen. People in the community who offer all sorts of comments to those who are trying to get some work done. But who are not doing any work themselves. Das sind wie die Wessis. Aber können wir bitte, können wir bitte, kannst du oben auf Bildersuche drücken, gleich nochmal. Das sind Leute, die einfach nur klug scheißen, während sie an dem Rentner. 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 Rentner sein. Das ist die offizielle Figur dazu. Für die Videopodcaster unter euch. Es kostet 50 Euro. Ein Opa aus 3D-Druck. So ein Polygon-Opa, Alter. Guter Folgentitel übrigens. Polygon-Opa. Polygon-Opa. Aber das ist halt wirklich jetzt mal, das ist ja, das ist ja, das ist ja der Hammer. Ja. Das ist ja im Prinzip wie alle Politiker momentan mit der Situation. Die machen, die machen auch viel Umarell. Ich wüsste, wie es besser geht. Ne, die sind ja noch schlimmer, weil die ja so tun, als wenn sie wirklich irgendwas machen. Aber, und jetzt hätte ich gerne noch ein paar Bilder, weil wenn du das eingibst, dann müsstest du eigentlich bei der Bildersuche ganz viele von den Opas sehen, die wirklich gerade da stehen. Guck, so. Und die stehen da richtig, so mehrere, stehen da, Hände hinterm Rücken und gucken, wie die anderen da arbeiten. Guck. Die gucken da und ich höre, ich höre ja schon sagen, Das würde ich nicht so machen. Das würde ich nicht so machen, ne. Ich würde da ein bisschen Rücken oben auch von oben, kann so ein bisschen Sand noch reinkippen. Mach das doch mit der Hand da. Warum ist halt die, also, warum? Es ist super weird. Ja. Und ich, ich seh mich da auch ein bisschen, ne. Also, wenn ich meine... Ne, du bist ja jetzt schon so. Frag mal Tamay, wie es vor dem Podcast war. Guck mal, guck mal, guck mal, das Bild vor der Typ gerade, die Steine da unten mit der, mit der, mit der Wasserwaage. Und dann die Gespräche immer so. Warum gucken sie denn so? Und er sagt, ja, ich kann das halt besser. Was waren sie denn vom Beruf früher? Maler. Maler. Können sie mal weggehen? Ich darf hier stehen. Ich, es ist eine öffentliche, eine öffentliche Straße. Klasse, ich darf doch hier stehen, oder nicht? Also, für euch zu Hause, wenn ihr gerade das nicht sehen könnt hier, sondern einfach nur zuschaut, wenn ihr mal Zeit habt, einfach mal, einfach mal googeln, Omarel mit Doppel L. Es ist, es ist ein Phänomen. Ich muss auch sagen, wo wir schon bei Casey Neistat's Tweet sind, auch einer meiner Favorites die letzte Woche war, dass er ein Tweet rausgehauen hat, wo gesagt worden ist, also es war von jemandem anders, dass, dass wenn man, äh, alle Pinguine aus der Arktis nach Malta, also wenn alle Pinguine entscheiden würden, ich weiß nicht, ob es in der Arktis ist, da, wo Pinguine leben, wenn die alle Malta infiltrieren würden, müsste jeder Malta, bitte, Antarktis, wenn die alle nach Malta würden, dann müsste jeder Maltanese, müsste 45 Pinguine töten. Nur mal so als kleiner Fact. Warum jetzt töten? Ja, damit die nicht übernommen werden von den Pinguines, weil so viel mehr, es gibt viel mehr, so viel mehr Pinguine als Leute, die auf dem Malta leben. Oder sie einfach aufnehmen. Warum müssen sie die denn töten? Die könnten die doch aufnehmen. Die Regel ist einfach, ein Pinguin kommt, ein Pinguin greift an. Ein Pinguin ist niemals nett, ein Pinguin hat Probleme. Pinguine sind mega nett. Nein. Die heiraten immer jeden Tag, den ganzen Tag. Weißt du was? Mit ihren Anzügen und ihren... Hast du die Känguru-Chroniken gelesen? Pack das Mikro weg! Pinguine sind... Ich komm gleich rüber da! Sind das die Inkarnation des Bösen. Pinguine sind wirklich scheiße. Weißt du was scheiße ist? Die Verfilmung von den Känguru-Chroniken. Die hab ich nie mal geguckt. Ja, lass es bitte sein. Alter! Aber das guck ich jetzt mal zur nächsten Folge und rede nur darüber. Merkig, ne? So, lass uns mal ganz kurz... Wollten wir nicht eigentlich? Wär's nicht viel sinnvoller gewesen? Ich möchte kurz aber noch in dem Ding verweilen, wenn ich darf. Ja, bitte. Ich hab dazu noch Sachen. Hast du auch Casey Neistat, hast du reingeguckt die letzten Male? Weil ich war lang nicht mehr irgendwie bei dem unterwegs. Und der hat nämlich auch noch ein Video gemacht zu seinem Bruder. zu Van. Nee. Van Neistat. Heißt der Van wie VW-Golk? Der ältere Bruder von ihm. Ja, wie V-A-N. Wie der Van. Da, wo du nicht einsteigst. Der heißt wirklich Van. Van, ja. Und der hat ein ganz tolles Video zu ihm gemacht. Und das ist der bahnbrechende Fact. Der ist eigentlich der Kreative, der diesen ganzen Style, den er so auslebt, erfunden hat wohl. Und Casey hat gesagt, er hat sich das so ein bisschen so filmmakerisch von ihm angeeignet. Genau. Und der macht jetzt selber Zeug. Aber sehr unerfolgreich. Er will halt, er will halt, er will ja kein YouTuber sein. So, und das ist auch so ganz klar. Er veröffentlicht nur seine Filme auf YouTube, so. Aber er hat, er redet immer, er redet immer in der dritten. Da läuft Werbung im Hintergrund. Nein, er redet auch immer in der dritten Person und so von sich als, als, was ist denn das nochmal? Als Sexy Man. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sehr toll, kann ich nur empfehlen. Van Sexy Man. Van Sexy Man. Van Sexy Man. Hört sich an wie so ein Charakter aus Hangover oder so. Kann ich nur empfehlen. Kann ich euch allen mal empfehlen. Wenn ihr euch mal so Nachmittag Zeit nehmt oder so, mal Hose auf, Gürtel auf und dann mal reinschauen. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Van Neistat. Kann ich empfehlen. Das ist gut. Van Neistat. Van Neistat. Van Neistat. Van Neistat. Van Neistat. Das letzte, was ich gesehen habe von Casey, war diese Wellenmaschine. Hab ich auch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich bin voll lange schon raus. Seitdem der in L.A. ist, find ich's uncool. Ich hab immer nur, ich hatte immer das Gefühl, dass er dreimal auf, oder 15 mal aufgehört hat. Das ist ja normal. 15, 20 mal. Ja, das ist jetzt vorbei mit den Vlogs. Boom, nächsten Tag. Der Kinder. Nächster Vlog. Der Kinder. Eins. Er hat ein Kind. Hat er ein Kind? Zwei. Hat er zwei. Zwei. Der hat einen alten Sohn und eine... Ach, der ältere Sohn. Ja, der ist aber schon alter. Der ist ja schon weg. College sein. Ja, der ist schon lange weg. Der ist jetzt schon bei Skull and Bones. Ne, wie heißt das, wo man Präsident wird? Ne, man wird dann, kommt in eine amerikanische Serie dann, wenn man fertig ist mit dem College. Da sind ja viele Schauspieler. Der ist jetzt bei Bones, die Knochenjäger. Ja. Der ist tatsächlich einfach übernommen worden. Nach dem College geht's direkt zu Bones. Lass mal Thema wechseln. Ich hab jetzt Übergang. Übergang. Bevor wir jetzt... Übergang. Zu einem richtigen Thema. Wollten wir nicht eigentlich anfangen mit unserem geilen, mit dem Thema hier? Ja, aber haben wir jetzt reingeschissen, ne? Kannst du jetzt nochmal alles rumschneiden? Wir schneiden nochmal alles um. Ja, was denn? Ja, also die Leute, die das jetzt hier in Videoform schauen, die haben's ja schon gesehen. Am Sonntag, jetzt heute, wo die Folge rauskommt. Also wenn du das jetzt hörst zu Hause oder im Auto oder unterwegs, dann ist auf zweitomate.de schon unser neuer Merch erhältlich. Richtig. Und wer sich jetzt nochmal berechtigterweise fragt, weil es werden genau die gleichen Leute sein, die uns beim ersten Mal schon kritisiert haben, warum man für einfach das Logo auf Cappy oder einem T-Shirt zwei Jahre braucht. Den Leuten müssen wir nur sagen... Ich hab nichts vorbereitet. An dem Punkt hat anscheinend der Writer für den Podcast hier aufgehört, was zu schreiben. Der hat sich verpisst. Ne, ich finde, es ist der beste Zeitpunkt. Vorher wollten wir ja kein Geld machen und jetzt plötzlich wollen wir Geld machen. Ja, wir sind durchkommerzialisiert. Auch muss man ganz klar sagen, wenn man jemandem die Schuld dafür geben kann, dann Corona. Wegen Corona müssen wir jetzt Geld verdienen. Wegen Corona wollen wir plötzlich Geld haben. Vorher war uns das scheißegal. Wir konnten jetzt nicht mehr aufhören. Vorher haben wir es uns für die Liebe gemacht. Und für die Liebe. Für die Liebe. Und für die kleinen Hundebabys. Und für... Apropos, für ein Feuilleton. Apropos, nur damit du mal Bescheid weißt. Ich geh jetzt hier in was rein. Hat Eidinger dich jetzt angerufen? Lars Eidinger hat mich jetzt angerufen. Er möchte Bockwurst zurück. Also, wir gehen jetzt in was rein. Bist du bereit? Wie, wie, ja. Unser, unser, unser geschätzter Partner-Podcast. Was kommt denn? Was kommt denn? Unser Partner-Podcast. Gemischtes Hack. Ja. Da muss man auch einfach mal sagen, Freunde der Sendung, sie hören eigentlich regelmäßig rein. Haha, Jungs, haha. Mann, die Werbekampagne. Die Werbekampagne. Jetzt warte mal, ich muss da noch meinen Punkt machen. Ich muss da noch meinen Punkt machen jetzt hier. Warte mal, warte mal ganz kurz. Ich mach jetzt mal noch meinen Punkt. Jetzt mach nochmal Schnitt. Jetzt mach nochmal Schnitt. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Also, warum du da mal so krass lach, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der Partnersache. Und ich muss, ich muss ganz kurz, bevor du mal erzählst, kurz nochmal erinnern. Andi, erinnerst du dich? Als ich das Management von Felix angeschrieben hatte, wo uns was einspricht. Hast du dir angeschrieben? Und die Antwort kam, wir hoffen auf dein Verständnis, dass das jetzt leider nicht geht. Haha, echt? Das wusste ich gar nicht. Stopp, das hab ich dir erzählt. Das hab ich dir mal erzählt. Ja, danke für die Anfrage, aber wir hoffen, dass du verstehst, dass das jetzt nicht geht. Wie unangenehm. Mega unangenehm. Aber, aber, ey, 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 ey. Aber es ist ein Partner-Podcast. Wir hatten mal Kontakt. Deswegen sind wir Partner. Ich hab mal einen Kommi da gelassen. Jetzt sind wir richtige Partner. Ich hab mal den Meilschwind geschrieben. Unser Partner. Ich hab mal den Meilschwind geschrieben. Und du weißt einfach, das ging nicht mal weiter. Das hat sogar der Praktik beantwortet. Ich muss die Formulierung nochmal raussuchen. Unser Partner-Podcast. Ja, ja. Unser Partner-Podcast hat eine Werbekampagne gelauncht. Ah. Zu AstraZeneca. Echt? Und hier darf man mal, und AZ3000 mach ich natürlich, bumm, 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 wichtig, ne? Ihr kennt das, wenn ihr es hört. Und hier muss man einfach mal sagen, diese Werbekampagne ist fehlgeschlagen, leider. Natürlich auch aufgrund des Wissens, was die beiden nicht haben konnten. Du hast nicht mehr fehlgeschlagen. Ja, würde jetzt nicht mehr reingespritzt in die Ärmchen, ne? Ach so. Geht ja, würde ich... Aber wird jetzt wieder? Ja, ist doch wieder. Aber vielleicht. Aber vielleicht. Nee, ich hab's heute Morgen im Radio gesagt. Aber trotzdem, ist es aufgrund der Werbekampagne... Ey, fuck, jetzt kann ich ja nicht weitermachen, wenn das jetzt wieder reingespritzt wird. Ist das jetzt super spontan? Es gab aber Neuerkenntnisse. Doch, es gab Neuerkenntnisse. Ja, aber Europa wollten die wieder und die haben gesagt, die Risiken überwiegen, aber in Deutschland ist immer noch nicht. Egal. Auf jeden Fall schwierige Werbekampagne, weil überhaupt unterbrochen wurde. Wir haben jetzt selber eine Werbekampagne, hab ich mir ausgeklügelt. Und zwar, weil ich bin ein Ultra geworden. Ein AstraZeneca-Ultra? Nein. Nein. Sondern, und da möchte ich, dass ihr uns alle unterstützt da draußen, wir sind jetzt alle zusammen hier, nicht nur 2 Mädchen, aber er passt schon gut rein mit seiner roten Fliege, die er oft anhat. Wir sind jetzt hier Karl-Lauderbach-Ultras. Und hiermit, um endlich Jens Spahn abzulösen als Gesundheitsminister, schlage ich vor unsere eigene Werbekampagne für Karl-Lauderbach, damit er endlich mal das bewegen kann, was er bewegen muss. Und hier ist mein Hashtag dazu. Seid ihr bereit? Unter dem Hashtag, KL500. Weil dann verstehen es auch Jizzes-Fans, weil sie vielleicht denken, was ist mit dem CL passiert? Warum haben sie das K zu L getauscht? Äh, C zu K mache ich natürlich. Hallo. So, jetzt für Karl-Lauderbach. Ach nee. Aber nicht die SPD. Das können wir ruhig mal ausreden. Nee, aber das geht ja nicht. Du kannst die SPD nicht aus Karl rausklammern. Das geht nicht. Okay, warte, ich hab was vorbereitet dafür. Okay. Also. Okay, jetzt bin ich gespannt. In dem Fall hab ich jetzt was vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Also. Ich fänd's gut. Also, wenn wir das nur tweeten, wenn wir vorher vielleicht Karl-Lauderbach dazu kriegen, dass er austritt aus der SPD. Weil dann sind wir unparteiisch und dann ist er unparteiisch und dann ist es für uns auch cool. Also. Ja, aber das hätten wir vielleicht mal vorher absprechen können. Nicht wechseln, was für uns beide okay wäre, weil wir jetzt viel damit verdienen wäre, wenn sie in die FDP eintreten würden. Ich hab jetzt auch. Weil dann müssen wir nicht so viel abgeben von dem, was wir verdienen. Let's go, Alter. Let's go. Wofür steht das D in FDP? Dubai. Steuern. Schön. Ich hab das aktuelle Information. Du hast aktuelle Information. Ja, bitte klär mich mal auf. Aber trotzdem möchte ich mal kurz sagen, Shoutout geht raus an Karl-Lauderbach. Ich darf es ganz kurz verlesen. Nordbundesländer setzen wieder AstraZeneca-Impfstoffe ein. Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca sind nach einer Überprüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA im Norden wieder angelaufen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern impfen wieder bereits mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers. Warum dann aber doch nur diese Bundesländer? Das ist das, was ich nicht verstehe. Ja, und es gibt ja auch genügend Leute, die jetzt nur eine im Arm haben und dann in einem Bundesland sitzen und jetzt das zweite nicht mehr in den Arm bekommen. Also irgendwann ist doch auch einfach nur ganz komisch. Ich muss ganz ehrlich, ganz kurz, ich hab mich jetzt nicht zu 100% reingelesen, aber ich hab, also deswegen möchte ich nicht, dass eure Gedanken jetzt basieren auf, wenn ihr euch jetzt Gedanken machen wollt darüber und euch eine feste Meinung dazu machen wollt, dann lest bitte irgendwo nach. Karl-Lauderbach auf Twitter. Ja, es ist wirklich auf Twitter. Ja, aber vielleicht noch jemand anderen auch. Nee, nee, nur Karl-Lauderbach. Nur Karl-Lauderbach. Nur Karl-Lauderbach. Ich hab ganz voll lange in Karl, Mann. Aber irgendwann hab ich irgendwann, oh, scheiße von ihm gehört. Und dann war ich so, okay, man muss auch mal, man muss auch mal Karl-Lauderbach. Nur Karl-Lauderbach. Ich sag's dir, wie's ist. Auf jeden Fall gab's da die Blutensätze in der Sache. Ich informier mich differenziert, aber forsch doch mal nach. Aber von ihm jetzt. Ich hab meine Information aus dem Internet. Wo hast du deinen her? Gute und schlechte Zeiten. Mann, ey. Karl-Lauderbach. Gute und schlechte Zeiten. Naja, mit Blutgerinnseln und so weiter, das weißt du schon, ne? Ja, Thrombose. Aber es gibt auch seltene Fälle, es gibt auch seltene Fälle, der, und das ist ja das, wo alle sehr überschnell den Vergleich gezogen haben. Genau, dass die gesagt haben, ja, aber die Anti-Baby-Pille, die sich Frauen wie Tic Tacs irgendwie einschmeißen müssen, weil's gesellschaftlich so ein Thema ist, die verursacht halt zu einem viel höheren Prozentsatz, 100 in 10.000, das war ja das, was alle, glaube ich, geteilt haben, dieses Bild auf Instagram, äh, auch Thrombose und, äh, die Wahrscheinlichkeit ist halt viel, viel höher und, äh, was dann halt, äh, im Nachsatz am Tag danach jetzt noch dazu kam, oder für euch schon vor zwei, drei Tagen, war halt, dass es nicht nur normale Thrombose, sondern eine Hirnthrombose dann, äh, sein kann, also Blutung im Hirn, die halt auch tödlich enden können, äh, in vielen Fällen dann. Gerinnung. Ja, das sind Blut, Blutgerinnseln, ne? Gerinnung, das sind das, ja, das passiert eigentlich nur, wenn, wenn Blutdinger, äh, wenn, 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 also das passiert eigentlich, das ist, genau, das ist ein, das ist ein, das ist ein, äh, Schutzmechanismus eigentlich, dass wenn du eine Wunde hast zum Beispiel, dass es dann wieder zugeht. Genau, aber das, äh, kam jetzt nur als, als Wort dazu, äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt super, super gering und, äh, die positiven Aspekte überwiegen wohl die negativen. Ich finde es jetzt auch irritierend, dass wir jetzt, wir nehmen an einem Freitag auf, dass es gerade jetzt irgendwie so ein Mitten, so ein Zwischending ist. Also es macht aber auch alles irgendwie keinen Sinn mehr. Also ich muss auch sagen, äh, nach wie vor, wenn KL 500 endlich mal parteilos wird und wir jetzt mal hier mit der Maschinerie, ne, der zweite Male Power, Community Power, hier mal richtig Gesundheitsminister Laudy, Alter. Gesundi Laudy. Nee, ich bin immer noch, äh. Nicht für den KL 500? Nee. Also da kann ich, da muss ich mich da ziehen jetzt. Von was denn? Von dir. Von meinem, von meinem, äh, Partner. Und ich möchte mich entschuldigen, deine Entschuldigung zeigt nach wie vor Größe. Von daher. Wir sind heute ein bisschen reingerannt, ne? Hast du gemerkt? Nein, aber, nein. Wir sind voll reingerannt. Du kannst nicht. Wir haben uns, wir haben uns so diese, diese Ergnerhosen angezogen, weil wir diese lustig finden und sind voll in den See reingerannt, aber viel zu schnell. Ich finde halt, dass Karl Lauterbach, du kehrst jetzt so unter den Tisch, hast du wirklich mal den auf Twitter verfolgt? Ich meine alles insgesamt, ich meine jetzt nicht nur Karl Lauterbach. Es ist wirklich interessant. Der hat unter anderem was getweetet, die Tage, was so ein bisschen Endzeitstimmung in mir auch hochgebracht hat, was ich nicht so gut fand, weil er auch gesagt hat, er hat ein Harvard-Studio zitiert und die haben im Labor wohl schon weitere Abzweigungen, die halt durch Mutationen jetzt entstehen können, ähm, äh, äh, generiert und die sind nicht wegimpfbar. Ach, come on. Und die existieren schon in Laboren, also die gibt es. Und die können theoretisch passieren oder was? Was soll denn jetzt der Scheiß? Oh Gott. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf, gar keinen Bock drauf, was machen wir dann? Ja, World of Warcraft, ich sag's ja immer, wenn wir jetzt alle mal einfach zusammen kurz ne Runde WoW oder so, lass treffen. Oder wir müssen alle dann in Folie. Alle. Endlich boomt die Klarsicht-Plastik-Industrie. Alle in Folie, was willst du denn jetzt schon wieder? Was macht der denn mit seinem kleinen Finger? Der hat auch sehr kleine Finger. Das kann ja wohl nicht sein. Abschließende Information zu diesem, äh, äh, Impfstoff-Thema und sowas, AstraZeneca. Also der Grund, warum das jetzt wieder geimpft wird, ist, weil, äh, ein Institut, den das Problem gefunden hat. Ja, meinte ich ja. Genau, den genauen Mechanismus gefunden hat, warum diese Thrombose ausgelöst wird. Und deshalb kann jetzt ein entsprechender, genau, deshalb kann jetzt ein entsprechender Wirkstoff dagegen verabreicht werden, gegen diese spezielle Art von Thrombose. Weil der Impfstoff selbst wohl, äh, äh, die, äh, Thrombozyten aktiviert. Ah, ja. Ja, fuck, dann war die Werbekampagne von denen ja trotzdem noch erfolgreich. Das war jetzt so mein Aufhänger eigentlich für KL500, aber meine Güte. Ey, diese KL500-Sache. Ich fahre in... Er hat so viel, ich finde, Karl hat so viel Gutes, so viel gute Sachen. Ich fahre in meinem KL500, ich fahre um den Block und ich mache immer Freude. Ich weiß nicht, wie Texte von Jesus gehen. Du kannst nicht wieder aufstehen und gehen, es ist kein rhetorisches Mittel für, hauptsächlich auch noch Audio-Podcast. Lach nicht an der Türe, setz dich sofort wieder hin, du Arsch. Ey, du kannst mich hier nicht alleine lassen. Das kotzt mich einfach. Kannst der Karl anrufen. Ja, komm, beenden wir es, jetzt reicht es mir. Es reicht auch langsam. Mann, ey. Hast du euch erzählt, dass Tommy jetzt... Tommy! Ich glaube, ich habe Heimweh. Von unserem Partner-Podcast, dass der mir jetzt folgt. Hans, kannst du ruhig sagen. Nee. Schneiden wir das jetzt raus? Was? Ich schneide überhaupt nichts raus. Ich schneide hier jetzt gar nichts mehr. Ey, ich habe voll die komischen Themen nur noch auf der Linie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber nur noch gute Themen. Mach mal. Ich habe nur gute Themen. Darf ich kurz eine Sache einwerfen, die mir heute aufgefallen ist, bevor du weitermachst? Ich finde, Angela Merkel sieht aus wie ein dauerhafter Deepfake, wenn ich das mal ganz kurz in die Runde werfen darf. Das ist irgendwie total wahnsinnig. Ist euch das mal aufgefallen? Angela Merkel steht immer vor einem verschwommenen Hintergrundbild, starr mit ihrem Körper und nur das Gesicht bewegt sich ganz leicht. Also wir haben wirklich die Deepfake-anfälligste Bundeskanzlerin oder Regierungskraft auf der ganzen Welt, Alter. Andere bewegen sich immer und so, machen irgendwas mit ihren Händen und gestikulieren. Aber Angie steht bei jedem Bewegtbild immer nur still. Und also ich sage mal, ich bin ganz glücklich, dass das noch keiner irgendwie mal so jetzt gefakt hat, ne? Weil das ist halt wirklich, ähm... Du weißt doch gar nicht, ob das niemand gefakt hat. Ja, aber guck mal, was hier passiert. Im Hintergrund ist immer, guck mal, die Hintergründe von Angela Merkel, da ist im Hintergrund immer... Photoshopbar. Gut, ja. Also es ist unfassbar gut Photoshopbar. Das ist immer sehr neutral. Fakebar. Und, äh, und guck mal, die Hintergründe, die sind immer verschwommen. Also es gibt kein Bild, wo der Hintergrund scharf ist und Angela Merkel auch gleichzeitig. Also sie ist echt sehr Deepfake, also sie sieht aus wie ein dauerhafter Deepfake manchmal. Warum blenden wir denn jetzt das Bild ein? Achso, das spiegelt unsere Beziehung hier wieder. Ja. Ist auch richtig rum. Darf ich Merkel sein? Ja, gerne. Okay. Okay. Ich wollte es nur mal sagen, ist mir heute mal aufgefallen, ja. Es ist mir jetzt, jetzt wo du es sagst, ist mir das auch aufgefallen. Was hast du denn jetzt mitgebracht? Ich hab noch ein Thema tatsächlich. Was ist denn jetzt hier passiert? Mach das sofort weg! Oh Gott. Was ist denn? Ich find die schön. Ich find das eine schöne Frau. Nee, weil es von so einem... Ach ja. Sowieso verklagt war das. Also Bilder von der New York Times. I know my fair use. Passt schon. So. Oh oh. Oh Gott. Ich hab mich verschluckt. Ich hatte ein Thema. Haben wir darüber schon gesprochen? Über was denn? Mann, wieso verschlucke ich mich denn die ganze Zeit? Was ist denn jetzt passiert? Okay. Entschuldigung, liebe Zuhörer und Zuschauer. Und zwar hab ich mich letztens eine Sache gefragt. Die hab ich mich immer schon... Was ist denn jetzt los? Leicht verschluckt. Aber so dauerverschluckt. Kennst du das, wenn das ein bisschen drin sitzt? Das ist so, wenn es knuspert. Immer... Immer wieder hört man ja von Leuten, die im Gefängnis saßen und dann so, oh, ups. Auch sehr spezifischer Grund. Man hört wirklich nicht immer wieder davon. Doch, man hört immer wieder von Leuten, die im Gefängnis saßen. Ich höre auch immer wieder von Leuten, die etwas aßen. Die im Gefängnis saßen und dann, also zum Beispiel jetzt zuletzt waren es vielleicht so ein paar, wenn man so Dokus auf Netflix geguckt hat, so diese True-Crime-Sachen oder auch True-Crime-Podcasts. Zum Beispiel unser Podcast-Partner, Zeitverbrechen. Die haben auch... Wir haben mal das Management kontaktiert und seitdem sind wir Partner. Ich habe gefragt, ob die kurz... Ich habe schon drei Managements angeschrieben. Wir sind übrigens jetzt verpaaren am mit Siegfried und Roy. Oh, das war ein bisschen... Die sind doch beide jetzt... Was denn? Weiß ich wieder irgendwas nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Die sind doch beide Rippe. Wirklich? Ja, ich meine, die sind beide... Ich war tatsächlich früher mal in einer Show. Ich finde die richtig gut. Fand die richtig gut. Sorry. Wusste ich nicht. Also sind wirklich beide gestorben? Also ich habe nur die Löwen-Attacke mal mitbekommen. Aber das ist ja auch schon lange. Die sind beide schon... Das war auch irgendwie... Der hat ja dann kurz dacht... Ah, das ist ja wirklich ein fetten Hempfchen nach dem anderen. Aber gut, dass du es sagst. Weil man hört ja immer wieder von Leuten, die im Gefängnis saßen. Und die waren aber gar nicht schuld. Also und wegen True Crime komme ich jetzt drauf, weil ja dann irgendwann diese DNA-Sachen dazukamen. Making a murderer. Zum Beispiel. Beide gestorben. Oh, okay. Ja, das... Ja, das sind beide... Lass uns doch jetzt nicht noch weiter darüber reden. Ja, was ist denn... Ja, okay, los. Und deswegen hört man das oft. Ja, wegen der Sachen und so. Ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall habe ich mir ganz oft darüber Gedanken gemacht, wenn du jetzt da 10 Jahre saßt oder 20 Jahre im Gefängnis saßt, dann ist ja immerhin so, wenn sie sich dann wieder rausholen, dann müssen sie ja Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung sagen, Entschuldigung, Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dir unglaublich viel Geld geben. Ich bin immer davon ausgegangen, dass du unglaublich viel Geld kriegst, weil du ja falsch verurteilt wurdest und sehr, sehr lange deines Lebens irgendwo saßt, nichts machen konntest, nicht arbeiten konntest und so weiter und so fort. Und dann jetzt nach diesen unzähligen Malen, die ich mich jetzt selber gefragt habe, aber nicht so richtig aktiv, bin ich jetzt mal aktiv geworden und hab nochmal nachgeguckt, wie das denn ist. Was denkst du denn, was man bekommt, wenn man jetzt, ich sag mal, ein Jahr lang falsch saß? Ein Jahr lang? Ja. Äh, ich denke, man kriegt nicht so viel für ein Jahr, ich würde vielleicht sagen so 5000 Dollar oder so bestimmt in den USA. Also ich rede jetzt von Deutschland. Okay, dann würde ich sagen, äh, 2500 Euro oder 1500 Reichsmark wär's dann. Wie viel? Äh, 1500 Euro oder so? 1500 Euro für ein Jahr? Ja. Alter. Alter, was ist denn mit dir los? Die Minijobben doch nur im, äh, im Knast, da kriegst du noch nicht viel mehr. Ja, du kriegst, ich rede jetzt nicht davon, was du im Knast verdient hast, sondern als Entschädigung. Ach so, ja, das ist Deutschland, wir sind ein Bürokratiestadt. Also erstmal kriegst du das erst in 35 Jahren ausgezahlt, wenn du alle Formulare ausgefüllt hast und dann können, können deine Kinder noch auf 30% davon zugreifen, weil steuerlich muss das alles nochmal abgesetzt werden und so. Du kriegst fucking 25 Euro am Tag. 25, es ist 9.150 Euro. 25 Euro. Ey, die wären ja besser bezahlt als ihr, da könnt ihr euch ja einfach anbruchten lassen. 25 Euro am Tag. Das ist gar nichts. Und, äh, jetzt, es wird wohl, 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 du kriegst, diga Penner. Und, ja, hab ich gerade gesagt, dann bist du okay. Ja, jetzt wollen sie es, jetzt haben sie den Antrag gestellt, jetzt wird es irgendwie, soll es erhöht werden auf 75 Euro am Tag. Ich, ich dachte, man kriegt dann so eine Million locker. Ey, weißt du was? Alter, wir haben dein Leben zerstört. Es tut uns leid. Hä, für ein Jahr, es wird doch alles entfernt. Du hast nichts gemacht. Dass du überhaupt was kriegst, soll es mal glücklich sein. Du hast überhaupt nichts gemacht, Mann. Ich kann die dir übrigens als Kanzler. Jahr lang irgendwo abgesteckt, hier reingesteckt, so wie Tamay irgendwo in so eine Ecke reingeschoben und muss da jeden Tag irgendwelche Videos für so einen Arschloch schneiden. Boah, und wenn die dann 75 Euro am Tag kriegen, kriegen die 27.375 Euro. Als ob. Alter, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu viel. Eine Million, eine Million für jedes Jahr. Hä, weißt du, wie viele Leute falsch verurteilt werden? Dann werden wir ganz schnell bankrotten. Ja, dann sollte man vielleicht nicht mehr so ganz, nicht mehr so oft falsch verurteilen. Aber sonst funktioniert doch der Rechtsstaat nicht, wenn auch mal Fehler gemacht werden, jeden Tag höchstwahrscheinlich fünf von zehn Fällen. Ja, dann achtet man vielleicht ein bisschen mehr drauf und dann muss man halt mal eine Million auszahlen, wenn man scheiße liegt. Doch nicht eine Million für ein Jahr. Ich will zwei Millionen. Ich will fünf Millionen. Es wird doch alles. Wenn die mich wegstecken für nichts. Es ist doch alles, es ist doch alles, ey, es ist doch alles, erst mal. Wenn die mich für nichts, ich hab nichts gemacht. Ich bin da einfach nur lang gelangt. Ich bin einfach nur, ich wollte mit Eis holen. Ich gehe raus vor die Tür. Ich mache Umarell schön, stehen da an der Baustelle. La, la, la. Ey, ich würde das aber anders machen. Und dann kommt so ein Typ von der Seite und sagt, ey, du hast mich gerade, du hast gerade meine Schwester ermordet. Und dann sage ich, nee, hab ich nicht. Ich wollte nur Umarell machen. Und dann sagt er, komm, du bist jetzt schön mit. Und dann kommt die Polizei und dann bist du vielleicht auch noch schwarz oder so. Und dann kriegst du jetzt mal ab ins Gefängnis. Weil das ist ja einfacher dann. Und dann sitzt du da zehn Jahre und dann kriegst du, was ist das Thema, neun hier, 90.000 für zehn Jahre? Für zehn Jahre? Ja, aber jetzt, wenn wir bei zehn Jahren sind, Moment mal, ich rechne mal ganz kurz durch. Ja, 90.000. Für zehn Jahre wäre jetzt dann, warte mal. 90.000 dann oder 91.000. Und so würdest du dann 273.000 kriegen, wenn die das auf 75 bei zehn Jahren. Ja, schon besser, aber es ist keine Million. Ich will ja locker eine Million haben. Oder, pass auf, ich will entweder eine Million haben oder zumindest für jeden Tag, den ich einsaß, einen Lottoschein ab dem Moment, damit man dann wenigstens eine Chance hat. Nimm lieber das Geld. Zusätzlich. Also wenn die schon eine Fehlentscheidung treffen und dich dann noch vor die Wahl stellen. So eine Fehlentscheidung. Zusätzlich zu dem Geld. Zusätzlich zu dem Preis. Es ist einfach nur... Es ist viel zu wenig Geld. Sag mal, warum reden wir darüber gerade? Du willst nur einen Weg gerade finden, wie du eingesperrt werden kannst, um an eine Million Euro zu kommen. Kann das sein, dass das eigentlich so die Grundüberlegung war, dass du da im Bett lagst und warst so, boah, Köln war echt scheiß Fehlentscheidung. Wie komme ich jetzt an eine Million? Ich guck mal kurz, wie ist dein Weg gewesen? Also ich probiere gerade nur in den Gedankenweg reinzukommen. Nach Arthur, nach so einem Stream, vielleicht Gin Tonic aus der Zweitomate-Tasse auf zweitomate.de in der Hand und dann so... Eine Million Euro. Googles. Wie viel Geld kriegt man, wenn man falsch verurteilt wird im Knast? Ach, ich bin der Herr Arthur. Ja, ich bin auch hier Eingebürger. Ich bin auch Deutscher. Sie können mich hier in Deutschland einsperren nach dem Satz. Also es könnte auch 75 Euro werden. Die armen Leute. Willst du den Staat prellen, ist meine Frage. Nee. Ja gut, dann haben wir das ja geklärt. Hast du dich das noch nie gefragt? Nein. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich bin übelst die Kartoffel. Ich hatte hier so viel Streit in meinem Freundeskreis mit Leuten, die sich mal mein Auto geborgt haben und dann ist das so ein Selbstverständnis von Leuten. Und das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt bei Menschen. Aber es ist ein Selbstverständnis von Leuten, dass sie dann, wenn die mal schnell was erledigen müssen, sich ins Parkverbot stellen. Und das ist in meiner Welt nicht drin. Ich schwöre, ich fahre lieber noch mal zwei Kilometer weiter, um mich da auf einen Parkplatz zu stellen, wenn ich da richtig bin, anstatt mich ins Halteverbot zu stellen, weil ich nicht dieses selbstgefällige Verständnis in mir drin habe. Und dann habe ich mal für so eine Person einen Strafzettel abgefangen. Und dann dachte ich mir so, boah, jetzt bin ich richtig wüten, Alter. Und mit der Grundeinstellung, glaube ich, ist es für mich einfach unfassbar schwierig, ins Gefängnis zu kommen. Das Steuerding jetzt, wenn ich nach Dubai gehen würde, das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Es geht mir ja nicht darum, ob du das für dich das gefragt hast. Also ich habe mich das gefragt tatsächlich für die Leute, weil man immer wieder hört, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren wieder rausgekommen, weil ja dann DNA-Dings eingeführt wurde und so weiter. Und ich habe mir überlegt, also erst mal sitzt du da ja 20 Jahre, dein Leben ist völlig im Arsch und du bist kaputt. Und dann kommst du raus und dann sagt jemand, ach, weißt du was, hier kauf dir einen Lolli. Entschuldigung, ups, ich habe mich vertan. Hier, weißt du was, komm, kriegst du auch, weißt du was, nimm meine Nike-Schuhe, komm, nimm die, mach den schönen Tag. Du hast doch keine Ahnung, wie Handys funktionieren, weil das komplett ein Hexenwerk für dich ist. Du hast keine Ahnung, was das ist. Ja, ja, genau, aber das ist ja halt auch eine geile Erfahrung für dich, muss man sagen. Du kriegst ein bisschen Geld und hast eine tolle Geschichte. Geile Erfahrung, 20 Jahre. Hey, bei mir gab es noch Kutschen, was ist dieses Tesla, wow. Und ich wurde voll umgebracht, 20 Jahre, 20 Jahre haben mich Leute, haben mich die Leute gebumst, als ich eine Seife holen wollte. Aber was für Geschichten, wow. Wow, wow, Podcast aufmacht, reichen Podcast. Podcast, übelgut, Alter. Damit machst du die Kohle drei-, viermal wieder rein. Mann, ey. Ich finde das mit der Uhr nicht gut hier, was wir hier machen. Wir probieren was aus. Wir sind auch am Rumprobieren, Leute. Irgendwann wird der Podcast richtig gut. Kriege ich dann Geld, wenn ich dann unschuldig im Podcast habe? Ja, du kriegst ganz viel Geld. Thema, äh, Thema, bist du bereit? Jetzt kommt ein neues Thema. Bist du bereit? Oh Gott, dieser Podcast, mein Lieblings-Podcast. Ähm, das ist ein bisschen komisch jetzt, aber dazu bräuchte ich vielleicht gleich nochmal die wunderbaren, die wunderbaren, die wunderbaren, die wunderbaren Fähigkeiten von Tamay. Ähm, äh, hast du mitbekommen, das ganze Kirchending, momentan ist ziemlich viel Kirchen wieder am Start. Oh, Kölner. Köln, ja. Äh, Kölner. Der Wölki. Das Wölkchen. Ne? Das ist, ja. Also es ist wieder ein Missbrauchsskandal, was jetzt aufgedeckt, äh, nicht aufgedeckt wird. Nee, 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 nee. Ist nicht neu, sondern, sondern es wurde jetzt... Nee, ist nicht neu, ist wirklich nicht neu. Also die Leute, die da, die da jetzt nach vorne kommen, sind meistens etwas ältere Männer auch, ne? Nee, aber es wurde doch jetzt so ein Bericht vorgelegt. Ja, genau. Darum ging's doch. Genau. Und, äh, dazu gab's dann wieder so eine, ich stell mich in den Kölner Dom und sag, ja, das ist ziemlich ungerecht, was da passiert ist und das ist dann, ich schäme mich da auch für. Weiter geht's. So. So, also irgendwie, es geht, es geht gerade noch ein bisschen weiter, ähm, und, äh, das ist, das ist, äh, das ist heftig. Dann als nächstes hat der Papst rausgehauen, äh, dass er, äh, die homosexuelle Ehe nicht segnen kann, weil das, weil das, weil das, weil man keine Sünde, Sünde, ist ne Sünde, ja. Weil man keine Sünde segnen könnte und dann, um das ganze Thema noch komplett aufzupoppen, muss man sagen, ähm, äh, und da brauche ich jetzt mal kurz seine flinken Finger, Tamai, hat der Papst was ganz Spannendes gemacht die Woche? Was? Hat er Kondome verbrannt? Ist das? Im Auge Jesu! Das ist so, so wird auch der weiße Rauch gemacht, wenn sie einen neuen wählen, die verbrennen Kondome. Die verbrennen Kondome einfach. Oh, Leil. Nein, ähm, äh, der Papst, der besitzt ja, der besitzt ja Instagram, kannst gerne mal schon mal Papst Instagram, dann findest du es. Äh, der Papst besitzt ja Instagram, ganz viele, auf ganz vielen verschiedenen Sprachen, genau wie Twitter. Und dann, du gehst! Entschuldigung. Es ist das spannendste Thema der Folge heute, das ist grad Primetime. Mega. Bist du bereit? Ja. Und der Papst hat, ich weiß, ich weiß nicht, ob wir es gleich zeigen dürfen, aber im Zweifelsfall, guck mal, ob es das zensiert gibt oder so. Weil der Arzt hat nämlich ein Bild, ey, 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 der Arzt hat nämlich ein Bild geliked. Bist du bereit? Der Arzt? Der Papst. Der Papst. Der Papst. Der Papst. Und der hat nämlich, der hat nämlich, oh Gott, was passiert? Oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, Alter. Nein. Und weißt du, was der geliked hat? Was ist das? Ein Arschbild. Der hat einfach ein heftiges Arschbild geliked. Wo halt Leute dann gescreenshotet haben, hör mal, du, äh, Papst, warum hast du denn jetzt dieses krasse Arschbild von der, von der, von irgendeinem Instagram-Model oder so geliked? Von der Lady, okay. Ja, wo sie halt irgendwie sehr, sehr ihren Popo halt irgendwie anscheinend im Close-Up einfach abfotografiert hat. Und dann hat der Papst einfach mal, der haut nicht so viele Likes raus auch, das Ding so, hat einfach mal schön einen kurzen Double-Tap gemacht. Was? Wo dann viele Leute sich mal gefragt haben, ich weiß nicht, ob wir es zeigen können oder dürfen. Oder ist es ein Artikel? Ja, zeig mal kurz einen Artikel, vielleicht kriegt man da noch ein bisschen mehr zu. Also das ist auf jeden Fall, muss man sagen, auch die, genau, das ist ein brasilianisches Model, postet ein Bild von sich als sexy Schulmädchen. Natalia Gariboto steht darauf, vor einem spinnt, den Rock so kurz, dass man kaum den Ansatz ihres Pols bedeckt. Ja, es ist schon ziemlich deutlich sehender Poppes. Ja, und, ähm, ja, äh, ne, ist das Bild da drin? In dem Artikel? Das können wir doch jetzt nicht zeigen, oder? Das weiß nicht. Machen wir, machen wir, können wir den Artikel? Schnell drüber, schnell drüber, schnell, oh, 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 nee, das ist nicht da drin, glaube ich. Ja, okay, aber es ist ja, man kann sich das ja vorstellen. Richtig, man kann sich das vorstellen und man muss jetzt auch einfach mal sagen, das hier, das hier ist passiert. Drei Tage, bevor diese, äh, diese, wir, wir segnen keine Homosexik. Weil das Sünde passiert ist, das fand ich, äh, ein bisschen kurios, dass das alles so in drei Tagen Abfolgen war, wo dann natürlich direkt wieder gesagt wurde, ach so, nee, das war natürlich der Social Media Manager. Ich wollte gerade sagen, aber der Papst sitzt da doch nicht mit dem Handy und guckt sich Instagram an. Was macht denn der den ganzen Tag sonst? Der hat, der, der segnet. Der segne. Der segnet Sachen, die keine Sünde sind. Sachen, die keine, was denn zum Beispiel? Game Boy. Game Boy. Wobei, Game Boy ist auch eine Sünde, ne, weil man kann da, das ist auch wie, da kannst du ja auch, uff, wenn, pass auf, wenn du Tetris spielst. Ja. Und da ist so eine Lücke. Ja. Und dann kommt der große, lange. Da rein in die Lücke. Dann ist das auch eine Sünde. Und dann sitzt der Papst davor, segne die Lücke. Segne die, oh nein. Gibt ja auch nach wie vor zwei Papst, ne, also wir könnten den ja noch austauschen. Also falls ihr mal das Modell jetzt hier, also unserer lebt ja auch noch, Ratzinger. Lebt er noch? Ja klar. Hä? Ratzinger ist immer noch am Start. Ist er nicht, ist, ist. Und du kannst ja nicht abdanken. Aber wird der neue nicht, wird der neue Papst nicht durch Tod? Ja, aber der ist ja abgedankt. Der hat ja gesagt, boah nee, übel Bock auf Fanta, hab wieder Bock auf Deutschland, ich bin raus, Leute. Das geht? Ja. Das hat doch unserer als erstes gemacht. Ja, nee, kannst du nicht. Du bist dann einfach weiterhin Papst, aber gib noch einen anderen, der aktiv dann ab. Hat? Ja, doch. Nee. Ratzinger lebt noch. Ja, aber der ist nicht noch Papst. Doch, der ist auch immer noch Papst. Nee. Aber so, der ist so, der ist so, wie sagen die Kids, Papst auf Wish bestellt dann. Oh Mann, ey. Nee, ich hab, darf ich noch einen Partner-Podcast vorstellen? Ja, darf ich. Geschichten aus der Geschichte, den ich sehr viel gehört habe in letzter Zeit. Und die haben da, von denen weiß ich, dass es damals sehr viele Päpste gleichzeitig gab, weil Leute gesagt haben, nee, warte mal, unser Papst ist der echte. Nee, warte mal, unser Papst ist hier. Nee, unser Papst ist hier. Und dadurch gab es mehr Päpste. Und wer hat gewonnen? Die anderen. Nee, aber das, ja, vielleicht. Aber doch nicht einfach, nicht offiziell. Also man muss schon sagen. Jetzt in unserer normalen, modernen Welt. Man muss schon sagen, ich hab sehr wenig Plan von Religion generell. Sehr wenig. Und, äh, aber so, Papst ist schon ein schickes Outfit dann oben, ne? Dass die dann auch immer wieder so, ich komm von evangelisch, katholisch, dann haben die so mehr Gold, weniger Gold. Dann kommen die noch aus Brasilien und dann... Ich sag Päpste, das kannst du mir nicht erzählen. Doch, der andere, ja, der heißt dann nicht mehr Papst, der heißt dann Exantus Papstus oder so, weil das wieder irgendeine, irgendeine lateinische Primel ist, die da vor... Vielleicht ist er jetzt so ein Rentner-Pizza-Fahrer, der... Kennst du diese Rentner-Pizza-Fahrer, die vor der Tür stehen? Ja, aber es ist auch irgendwie so kurios, du bist ja irgendwie am Ende auch nur irgendwie ein Mensch, ne? Dann bist du aber eigentlich auch das Sprachrohr zu Gott, aber trinkst gerne Fanta. Ist auch komisch, dass sich das dann immer alle, weil sie noch damals auf die Dings geschrieben haben. Das ist das Einzige, was ich über unseren deutschen Papst noch weiß, ist, der Papst trinkt gerne Fanta. Weil das überall immer stand, er fährt gerne VW und trinkt gerne Fanta. Wow, so, also keine Ahnung, ab irgendeinem Punkt macht es ja dann auch irgendwie... Immertierter. Immertiert? Immertierter Papst heißt das dann, aber seit 2013 ist Franziskus schon Papst. Ja, genau, der ist schon eine Weile. Ja, aber... Aber man muss auch sagen, Ratzinger hat Social Media einfach gepumpt. Ratzinger ist der immertierte Papst, der noch lebt. Ja, der lebt noch. Weißt du, wo der ist? Nee. Köln. Echt? Das wäre jetzt wack. Das heißt, wir könnten schnell hin. Ich will nicht irgendwas mit den Kölner Leuten zu tun haben. Ey, aber dieses Ganze... Ey, jetzt mal ganz kurz. Ich auto mich jetzt auch, wenn mich da jetzt Leute hassen, mir ist es scheißegal. Das ist alles für mich Star Wars und Fantasie. Und... Ja, oder... Aber wirklich. Aber direkt 400 Prozent. Ja, aber ich könnte noch mehr, wenn ich... Also, es ist... Ich kann Leute nicht ernst nehmen, die heutzutage ernsthaft wirklich diese Instanz noch irgendwie über gewisse Gesetzlichkeiten oder sonst was setzen. Ich kann diese Leute nicht ernst nehmen. Wenn du das möchtest, da an irgendwas zu glauben, dann ist das okay für mich. Aber dann wirklich noch Leute zu unterdrücken oder deren Gefühle oder deren, ähm, deren, 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 ähm, Geist und deren Seele tatsächlich irgendwie unterdrücken mit dieser Fantasiescheiße, die irgendwer mal in so ein Buch geschrieben hat und dann alle gesagt, ich kann diese Leute nicht ernst nehmen. Ich kann... Und stell dir mal vor, du... Ich verstehe auch nicht, wie es immer noch... Stell dir mal vor, du glaubst da richtig fest dran und dann liked der ein Arschbild. Ja! Ja! Der redet doch mit Gott. Und wo hören die Sünden auf? Die! Double Tap! Die! Im Ohr so. Ich... Das ist... Nein, ich muss, ich muss mal kurz dazu sagen, ich hab da schon oft auch im Stream drüber geredet. Ich hab da auch nicht, ähm, ich hab auch nicht viel mit Religion am Hut. Äh, ich muss aber immer sagen, ich hab so ein, ich hab so ein gewisses Quäntchen, also jetzt nicht um dieses Verurteilen, Ausgrenzen und, 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 was da alles, alles nicht noch passiert. Ähm, aber ich muss immer sagen, wenn es nur um das reine Glaubensthema geht, bin ich auch, wie du auch gerade gesagt hast, so im Nebensatz, der Letzte, der da jemandem, glaube ich, was vorschieben würde oder einen Riegel vorschieben würde. Ähm, weil mach, was du möchtest, wenn du andere nicht unterdrückst dabei. Ja, solange, wenn du daran denken, glauben willst, okay, genau. Richtig, genau. Es gibt da für mich ja aber einen Riesenunterschied. Und ich hab dann, genau, und ich hab nur bei sowas, ne, wenn du trotzdem an sowas glaubst und dir sowas Halt gibst, hab ich immer einen unfassbaren Neid in mir drin. Weil ich mir schon denke, es gibt ja so viel Sicherheit und so viele Antworten auf Sachen, die wir uns halt den ganzen Tag fragen, weil du dir die dann, wir würden dann jetzt Sachen sagen, ne, so blasphemisch so, ja, weil du es dann vorstellst, so. Aber es gibt dir, glaube ich, schon auf eine gewisse Weise so eine Ruhe, wo ich immer ein bisschen neidisch bin. So, weil ich halt, weil ich halt, weil ich halt, wenn ich, wenn ich mir dann diese Antworten anhöre und mir denke so, das ist sehr toll, dass du daran glaubst, ich mir aber selber auch denke so, ne, wirklich? So, wir kennen Zaubertricks. Glaubst du wirklich, dass das... Da gibt's krasse Unterschiede. Und also, bei mir in der Familie gibt's auch krasse Unterschiede von Leuten, die einerseits wirklich daran glauben, dass jetzt da Jesus an einem Kreuz hing und, 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 äh, und Leute sagen, nein, ich weiß schon, dass das, dass das alles, ähm, eine Sache ist, um den Leuten halt genau diesen Halt zu geben, ne, und dass man trotzdem da differenzieren muss und gucken muss, wo es da auch Grenzen gibt. Ja. Äh, wo man dann quasi, äh, von diesem, von diesem Konstrukt dann auch wieder aufs echte Leben Sachen, äh, übersetzt und dann vielleicht Leute unterdrückt und, oder Leuten wehtut damit. Ja, das Problem ist halt einfach Auslegungssache, ne? Also, das, das ist halt so das große Problem, was dahinter steht, dass... Ja, es ist, muss wirklich verboten werden. Da kommt so ein Papst und sagt, ja, du, du bist, du bist, du sündigst, weil du deinem Inneren, äh, nachgehst, weil du deinem, also, ich mein, wir brauchen ja nicht mehr über Homosexualität heutzutage reden. Und dann sagen die dir aber, und es gibt ja auch homosexuelle Leute, die gläubig sind. Und dann kommt der Papst und sagt, ja, du bist jetzt aber ne Sünde. Was soll denn das? Ja, aber dann kommt ja der nächste Papst und sagt, das geht nicht mehr. Und dann muss es eigentlich auch jedem auffallen, dass es inzwischen einfach nur noch so ein, dass es inzwischen eher so ne Clique ist, anstatt so ne Glaubensrichtung. Ja, es ist so ne Clique. Es ist eigentlich so ne Clique. Ich seh grad so ne Gruppe von Tümmen, so ne Kette, die so runde hängt, wo das Portemonnaie gerade ist. Und dann, beim Papst, ne, beim Papst. So ne Portemonnaie-Kette. Ja, keine Ahnung, ich find's ein schwieriges Thema. Ich hab überhaupt nichts dagegen, wenn man gläubig ist, bin ich ganz ehrlich. Ey, versteh mich nicht falsch. Ja, genau, du auch nicht. Ich auch nicht. Es ist halt natürlich, sobald du anfängst, Leute zu unterdrücken, egal an was du glaubst, musst du jetzt auch nicht nur Christen sein oder sonst irgendwie was. Naja, und dazu muss man, Entschuldigung, ich muss noch brechen, aber dazu muss man, nur noch sagen, diese ganze Zaubersache, find ich halt auch Quatsch. Also, wenn... Hä, aber ich muss einfach nur, also, wenn wir mal kurz zwei, drei Schritte zurückgehen, ne. Erstmal muss man sagen, heftiges Buch, also das Storytelling vor so vielen Jahren ist crazy. Alter, da hat ein Busch gebrannt, auf einmal kam jemand raus. Wooo! Alter, da kannst du mir viel sagen, aber das Ding wurde in Amsterdam geschrieben. Ich seh' einen Busch, da kommt jemand, Alter! Fuck, Alter! Und war das nicht auch wohl... Hä, wo ist der eine Typ? Die gucken so in den Kanal, weil gab Amsterdam genau so schon damals, und dann so, fuck, warum läuft der auf dem Wasser, Mann? Holy shit! Fuck, ist das gerade... Es regnet Frösche! Es regnet Frösche! Also, neben der Tatsache, dass man einfach, also, heute noch, Leute, auf die einfachsten Kartentricks reinfallen, muss man einfach sagen, ist, glaube ich, the greatest sleight of hand artist ever war, Jesus. Jesus. Nee, aber, keine Ahnung, es ist halt... Wie sind wir jetzt auf dieses komische Grundthema gekommen? Du hast gesagt, wer Zauberer kennt gerade eben, und dann sind wir wieder rübergeleitet. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? Wir eibern natürlich auch rum, ich möchte mich da jetzt auch gar nicht lustig machen, wir sind letztes Mal schon genügend falsch abgebogen. Wie gesagt, ich hab in mir drin, um das Thema nochmal abzurunden, ich hab in mir drin wirklich ein großes Stück Neid dafür, dass man sich Sachen beantworten kann, die für mich unerklärlich sind, und ich lebe da momentan zumindest, man weiß ja auch nicht, was in der Zukunft passiert, lieber mit dieser Ungewissheit, das nicht zu wissen, weil es mir momentan mehr Sinn macht, und natürlich auch viel, muss man sagen, von meinem Umfeld mit beeinflusst wird, weil keiner, den ich kenne, ist, glaube ich, niemand. Und? Also doch, eine Person, eine Person, aber selbst die ist so. Du meinst keiner, mit dem du abhängst irgendwie intensiv? Alle immer. Also ich hatte noch nie Leute in meinem Umfeld, die sehr gläubig waren. Einmal hab ich dir erzählt, als ich in den Staaten war, da waren viele Leute. Aber eine Oma oder so, oder eine Tante von irgendwem, oder der Vater von... Nee. Oder die Mutter. Also wirklich, nee. Also wenn, dann wäre meine Mutter am nächsten dran mit so, oh, wir gehen mal Ostern oder Weihnachten in die Kirche, und dann haben wir immer alle gesagt, nee, gar keinen Bock drauf. Aber das find ich aber spannend, weil ich hab das schon gehabt. Nee, gar nicht. Also so gar nicht, gar nicht. Ich hätte das viel in meinem Leben. So, und deswegen ist das bei mir aber auch nichts, was ich vielleicht so... Also das war auch nie ein Streitthema, weil halt keiner da einen krassen Bezug so hatte. Ja, bei mir schon. Ja, genau. Und deswegen hab ich, glaube ich, auch gar nichts Negatives damit, sondern immer nur diesen Gag-Charakter, was dann Leute als negativ auffassen. Okay, ja. Wo ich mir aber immer denke, so, ey, wenn du jetzt ein paar Gags schon so negativ auffasst, dann find ich's ganz komisch, was du dann grad abschließt. Weil ich glaub, der Großteil wird's natürlich raffen, dass wir jetzt nicht irgendwie das alles beurteilen und so. Ich find das auch nicht schlimm. Also macht ruhig, ich find das okay. Okay, aber er war ein Zauberer und ihr könnt mir nichts anderes beweisen. Ja, kann man auch nicht. Ja. Kannst du nicht. Ja. Außer du hast eine Zeitmaschine, was auch wieder da reinfällt in das Thema. Und nach wie vor, nach wie vor, muss man einfach mal sagen, Paps hat ein Arschbild geliked. Also dementsprechend... Aber konnte Jesus vielleicht auch in der Zeit reisen? Und wenn ja, müsste er dann nicht jetzt mal vorbeikommen? Oder kommt er anders vorbei? Hier mit... Nee, Jesus kommt ja anders, ne? Jesus kommt ja mit der Apokalypse. Apokalypse. Apokalypse, dann mit irgendwelchen Ridderreidern und so. Ich sag ja, Story... Und dann werden alle so... Rotten Tomatoes würde dem ganzen Ding bestimmt so 90 geben oder so. Also das wär schon... Das ist schon ein Ding, Alter. Die werden so hochgezogen, weil... Und dann das letzte Gericht heißt das. Das heißt das letzte Gericht. Das jüngste Gericht. Und dann kommt Gordon Ramsay. What the fuck? What the fuck? Ja. Ich hab noch. Bitte. Wir haben ja auch Rubriken und so, ne? Nee, ich find die Rubriken scheiße, weil ich da nichts habe heute. Ich kann den noch... Also ich kann was reinpacken. Was sollen wir denn machen? Zitat der Woche? Ich hab wieder die Gitarre vergessen, ne? Ja, dann mach doch Zitat. Du wolltest doch irgendwas sagen. Wie kann man... Zitat der Woche. So eine Scheiße. Das ist halt wirklich einfach nur noch... So scheiße, Mann. Und zwar, meinst du, die letzte Woche ist von Tamay? Halt doch einfach mal dein Maul! Wir können nicht schweigen gleichzeitig. Das macht keinen Sinn. Also die Leute hören ja auch noch zu. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir beide dann Tamay angucken. Doch, das ist lustig. Weil sie dann erst denken, dass die Aufnahme aus ist. Ey! Wir hören jetzt nicht auf! Wir hören nicht auf! Spielt er die Endmusik? Mann! Weißt du, was der Papst da machen würde? Dislike. Der Papst würde disliken. Das ist auch ein Folgentitel. Ey, wie geil es wäre, was für ein geiles Instagram-Bild es wäre, wenn jetzt einer von uns genau dieses Bild, dieses brasilianischen Models nachstellen würde und einfach den Papst taggt die ganze Zeit. Was für ein Power-Instagram-Move. Einfach nur, wenn man so ein bisschen Popo zeigt noch. So, okay. Das ist dein Zitat, wirklich? Ja. Willst du rausgehen? Willst du aufstehen? Ich muss voll pipi, aber mein Gürtel hält das gerade an seinem richtigen Platz, deswegen kann ich gerade nicht aufstehen. Weil ich habe so einen Pipi-Gürtel, kennt ihr das? Der drückt dann richtig so die Blase nochmal hoch, sodass du nicht mehr aufs Klo gehen kannst. Aber sobald du stehst, ist Alarm. Alarm! Aber nicht im Darm. Toller Film. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist schon eine Woche her. Anderthalb Wochen her. Ich war ja das erste Mal seit, ja, wann sind wir zurückgekommen aus Belgien? März letzten Jahres, ne? So um die Jahreszeit jetzt. Die Datumzeit. Was will ich sagen? So um dieses Datum ungefähr. Also vor einem Jahr waren wir das letzte Mal weg in Belgien. Und vor zwei Wochen war ich das erste Mal außerhalb von Köln. Und war in Berlin. Weil ich da einen geschäftlichen Termin hatte, den ich auf jeden Fall face to face austragen musste, da ging auch kein Weg drum rum, sonst wäre ich natürlich nicht gefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren, damit ich ein bisschen flexibler bin, weniger Leute sehe im Zug und, 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 also so gut wie es geht. Dann alles unter dem Zitat der Woche Ding. Habe ich eine Sache mal mitgebracht. Ich bin um ein Uhr morgens angekommen. Ich war hier am Alex im Hotel da und bin dann reingegangen. Ein Uhr morgens, war mega viel los. Und ich dachte mir so. Was? Was? Wochentag war? Freitag. Okay. Nacht. Ja. Also Freitag, Samstagmorgen so. Ja, ja. Und ich ging da rein, bin so zur Rezeption und dann stand da schon so, also viel los, Corona viel los. Drei Leute ist inzwischen für mich schon was in Veranstaltungen. So. Und dann habe ich gemerkt, die checken ein, checken ein, checken ein und dann kam so eine etwas ältere Dame irgendwie raus und meinte so, die kann auch zu mir. Und dann bin ich rübergegangen, zu ihr an den Schalter und dann meinte sie so, ja hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Und ich so, ja, danke. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, die sind richtig geladen, Alter. Obwohl überall Plexiglas, ich habe Maske an und so, alle lieb und nett, ne. Und war so, ich habe sechs Stunden Auto gefahren, ich bin gut durchgekommen, aber ich war so ein bisschen so, ich dachte mir jetzt so, ah, die Mund ist ja auf. War falsch, kann ich jetzt schon sagen, war auf jeden Fall falsch. Und dann meinte sie so, warum sind sie denn hier? Dann meinte ich so, boah, ich mache mir morgen einen schönen Tag auf der Museumsinsel, gucke ein paar Bilder an, treffe mich mit ein paar Freunden aus Berlin, muss man ja auch mal machen. Und dann war der Kopf aber dunkelrot in einer Sekunde. Was? Sie können hier nicht sein, wenn Sie einfach jetzt privat hier unterwegs sind, nur noch berufliche Reisen sind gestattet. Und ich war so, jo, was geht denn bei dir ab? Und dann meinte ich so, es ist ein Witz, es ist ein Witz, ich bin beruflich hier, die so, ja, besser für Sie. Und dann hat sie mir direkt so ein Blatt vorne hingelegt und meinte so, das füllen Sie jetzt aus, wahrheitsgemäß, die Polizei sammelt jeden Tag diese Papiere ein und kontrolliert auch akribisch. Habe ich gesagt, okay, klar, mache ich natürlich gerne. War nett, auf jeden Fall. Das zum einen, muss man mal kurz sagen, ist lange nicht das Zitat der Woche, danach wurde es nämlich gut. So, ich hatte dann noch den Luxus, mir anhören zu dürfen, natürlich, weil Hotels haben es wirklich schwer, muss man sagen. Aber der Hotelparkplatz, und du weißt, am Alex Parken, spannende Aktion, deswegen war ich im Parkhaus von dem Hotel. Das hat, wenn du reinfährst und rausfährst und pro Tag 20 Euro gekostet. Oh. Jo. Und das ist dann auch für Berlin ein bisschen Aua. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal im Arsch schlägen, ich fahre jetzt Taxi, obwohl ich eigentlich nicht andere Leute sehen will, aber die haben ja inzwischen alle diesen Film da drin. Ja. Und dann bin ich Taxi gefahren, noch zu dem Termin, den ich am Nachmittag, Abend hatte. Und dann habe ich mich in ein Taxi gesetzt, auf der Hinfahrt und dann, super netter Taxifahrer. Ich hoffe, er hört es. Natürlich. Weil jetzt kommt es nämlich. Hallo. Weil jetzt kommt es nämlich. Ich bin eingestiegen und meinte, woher kommst du denn? Bist ja ein bisschen jünger jetzt und bla. Und dann bin ich so, ja, aus Köln. Und dann meinte er, cool, cool, Köln kenne ich auch, habe ich ein paar Verwandte, ich bin immer mal wieder da gewesen und so. Spannende Stadt, aber nicht so viele Angriffspunkte und so. Hat die ganze Zeit nach vorne geguckt. Ich so, okay. Und dann meinte er so, das ist der Hammer einfach nur. Dann meinte er so, ja, ich gucke nur so Videos immer von so ein paar Leuten und sind ja super viele YouTuber. Hast du denn mit was zu tun in Köln? Und ich so, ja. Weil ich dann nur ja gesagt habe, weil ich hatte so meine Bini so nach hinten, dass man nicht den Waffelschriftzug sieht und so, weil ich einfach irgendwie Maske an. Man hat nur meine Augenpartie gesehen, noch ein Hoodie über der Mütze, also du hast wirklich nichts gesehen, außer meine Augen so. Und es war halt schon dunkel. So, und dann hat er halt erzählt und meinte so, ja, und dann die Kölner YouTuber Szene, bla bla bla. Und fing dann an zu erzählen und ich war so, rafft der gerade, wer hier im Auto sitzt? Oder verarscht der mich? So, und fing dann an und fing dann an und irgendwann kam es dann zu dem Punkt, wo er meinte so, ich gucke eigentlich da nicht mehr so viel, aber eigentlich gucke ich schon noch und das ist Sturmwaffel. Nee. Und ich so, nee. Und ich so, jetzt kommt aber, ich so, danke, habe ich dann einfach so gesagt. Und der so, und guckt so komplett angewidert nach hinten, so, warum sagt dieser fremde Junge aus Köln danke? Und dann hat er mir kein Scheiß auf dieser Taxifahrt von 15 Minuten im Prinzip meine ganze YouTube-Geschichte erzählt. Er hat auch Streit mit Bowser, aber er hat es geklärt. Nein. Aber er hat es geklärt. So, und hat mir alles erzählt. Alles, was ich, glaube ich, gemacht habe so in den letzten sieben Jahren YouTube-Karriere. Und war voll drin und war so, ja, bla. Und dann, der hat ja damals Gaming gemacht, aber er macht jetzt Bestellen und so. Und dann habe ich so, und dann wollte ich halt irgendwann, natürlich hat man dann den Punkt, weil er war total charmant und lieb. Und dann wollte ich vielleicht den Punkt erwischen und war so, danke. Und dann habe ich immer wieder Danke gesagt und er hat mich nur so irritiert durch den Rückspiegel angeguckt und war so, hä, warum sagt der die ganze Zeit Danke? So, ja, und das ist mein Zitat der Woche, ist halt einfach so, kennst du den YouTuber Sturmwahl, habe ich gesagt, ja, aber es ist so. Aber wie habt ihr es denn aufgelöst? Gar nicht, weil er hat ja dann meine ganzen Daten, du bist nicht einfach weggegangen. Doch, doch, er hatte meine ganzen Daten, Vor- und Nachname und Handynummer und dann habe ich nichts mehr gesagt, weil der ist ja, der ist ja in der App. Und dann war ich so, ich habe keinen Bock, dass er meine Daten kriegt. Und dann bin ich halt nämlich einfach so still geblieben. Mir war es übel unangenehm, weil er war ja übel nett. Weißt du, und dann saß ich da und war so, mhm, mhm. Aber dann sagst du doch nicht Danke, dann sagst du, oh ja, der klingt aber toll, ja. Nee, ich habe irgendwie, ich wollte ihm so, ich wollte ihm so, Sturmwaffel.de, ich wollte ihm so, äh, ich wollte ihm so Dings geben, weißt du, so, weiß ich auch nicht. Markan hat in dieser Sekunde übrigens geschrieben, Markan, grüße gehen raus, unser Merch-Lieferant, dass jetzt gerade, während wir die Folge aufnehmen, am Freitag der Shop schon live ist. Nee. Das heißt, auf zweitomate.de könntest du jetzt, äh, könntest du jetzt richtig einen live machen. Ich will auch was. Du kriegst nichts. Du kriegst nichts. Du kriegst gar nichts, Alter. Du kriegst immer wieder das Ding. Also, Grüße gehen raus, auf jeden Fall an den Taxifahrer. Oh ja, es ist alles online. An unseren, an meinen süßen Taxifahrer aus Berlin. Es tut mir sehr leid, dass ich es nicht aufgelöst habe. Ich hoffe, das erreicht dich irgendwie. Oh. Ja, aber das ist eine, das ist eine richtig sick, krasse Geschichte. Ohne Scheiß. Also, die Wahrscheinlichkeit, also ich meine, über eine Million Abonnenten, das ist Bullshit. So, aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass genau das an dem Abend passiert und er von selber auf die Geschichte anscheinend kommt, weil er das mit Köln verbindet, äh, fand ich, 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 also muss ich sagen. Also, war sehr... Darf ich aber ganz kurz, wo du gerade nochmal das, das Merch-Thema angeschnitten hast? Ja. Ähm, würde ich ganz kurz nur was loswerden wollen. Und zwar, ähm, lag es mir, wir haben, wir haben heute noch eine andere Snapback-Cappy bestellt. Das ist nicht die, die ihr jetzt hier seht. Die ist, die, die ist qualitativ ein bisschen hochwertiger. Deswegen ist sie leider auch ein bisschen teurer. Aber ich hab heute mit Freddy darüber längere geredet und ich, mir war es wichtig, dass das Ding keine Müllkappe ist und dass sie, dadurch wird sie halt teurer, aber dadurch ist sie auch besser. Ich hoffe, das ist okay für euch. Bitte, bitte schreibt mir eure Meinung unter arthuronehaar at zweitomate.de. Aber ihr könnt auch einfach, äh, Arthur Mails schreiben, wie man es besser machen könnte, wenn er es dann macht. Oh ja, also tolle Vorstücke. Das wäre super. Oder auch, was wir machen könnten, wo ihr zu faul zu seid. Das wäre auch super. Oh ne, jetzt machen wir es wirklich nicht, weil sie es super lustig finden. Weil sie es mega lustig finden. Das ist echt immer so ein Ding. Hast du, ähm, mitbekommen? Darf ich einen, darf ich einen, oh, kannst du es rausspielen kurz, bitte? Entschuldigung. Zitat der Woche. Das finde ich immer ganz lustig, wenn man, wenn man richtig genervt ist. Ja, der kennt das von seinem Chef. Ähm, hast du mitbekommen? Welches Jahr wir haben? Ja, ich bin einfach, ich sollte niemals auf eine Bühne, Alter. Das ist echt ein fucking Drama, Mann. Aber Grüße gehen raus an unsere Partner-Podcasts. Ich habe gerade von fest und flauschig eine Antwort bekommen mit Hören Sie auf, mir zu schreiben. Ich hoffe, ich hoffe. Meine Partners, ähm, dieses Jahr, Artikel 13. Das muss ja jetzt durchgeführt werden und eingesetzt werden. Das heißt, es könnte sogar sein, dass jetzt gerade der letzte Podcast einfach mal online geht. Oder irgendwas anderes. Weil es wird ja dieses Jahr noch, ähm, entschieden anscheinend. Oder, oder diese, nicht entschieden, aber es muss dieses Jahr eine Implementierung erfolgen. Der, der Vorgaben der EU, äh, mit diesem Artikel 13 Ding. Und es ist ja, glaube ich, immer noch nicht so eine größere Lösung da im Rahmen. Also, ohne jetzt sehr belesen zu sein. Julia Reda macht immer noch sehr viel, äh, sehr viel zum Glück, sehr viel Welle. Danke und Grüße gehen raus. Mhm. Äh, und informiert da auch fleißig drüber. Ihr seht, ich habe mich nicht informiert. Aber ich würde es nur noch mal auch anstoßen irgendwie von unserer Seite hier. Weil wir auch viel im Podcast drüber geredet haben. Ja. Weil die erste Demo waren wir alle ganz stolz. Außer Arthur, der hat damals immer Polizisten verprügelt, weil er so links war. Ähm. Ähm, naja, naja, was denn? Man darf doch auch mal was einwerfen in eine Konversation. So. Klar. Du Hippie. So. Nee, aber das könnte dieses Jahr tatsächlich in Kraft treten, ähm, äh, in irgendeiner Form, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie, äh, wie, wo und was. Es ist so krank. Ähm, aber es ist, es ist irgendwie auf dem Weg und es macht mir tatsächlich noch mal ein bisschen Sorge. Und ich, äh, halte dazu an, was ich auch machen, äh, werde und machen muss. Tatsächlich die, äh, die, die wissbegierigen Näschen noch mal in die Internetbücher, äh, zu stecken und den Leuten da mal ein bisschen nachzulaufen, was da so die Infos angehen. Weil ich glaube, wir kommen da sehr bald, nämlich in irgendeine Abstimmungsphase, also in eine Abstimmung im Bundestag. Und ich glaube, da geht es auch noch mal so ein bisschen darum, dass man vorher noch mal auch Welle machen sollte, dass da die Leute wirklich mal drüber nachdenken. Weil die haben ja jetzt schon kaum Plan von allem, was abgeht. Hey, hier ist übrigens unsere Corona-Maßnahmen. Wenn wir drei Tage über Inzidenzwert 100 sind, dann machen wir eine Notbremse. Herzlich willkommen in Köln. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir fünf Tage über Inzidenz 100. Ich bin, ich mache hier die, ich mache hier die ganze Planung und so. Wir sitzen hier im Kabinett zusammen. Und ich möchte mal kurz sagen, lass mal erst mal aufbleiben, weil Zara geht so schlecht. Und auch die H&Ms dieser Welt, denen geht es so sehr schlecht. Und da mussten auch schon die billigpreisigen Männern, die mussten auch noch mal offen bleiben. Ja, Leute, ich weiß natürlich, dass die Textilbranche und andere jetzt leiden. Aber gerade wenn man so große Mode, dann lass den Einzelhandel auf, aber nur die kleinen Läden. Dann bin ich dafür. Dann lass auf, aber dann macht P und C zu. Sorry, tut mir leid. Also irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr. So, ja, das funktioniert schon nicht. Und wenn die halbgaren Kollegen da vielleicht sich jetzt noch mal irgendwie zusammenraffen müssen, über was, wo sie wieder keinen Plan haben. Und wer weiß, wie es in irgendeiner Klausel wieder verpackt ist, dass sie nicht wissen vielleicht sogar, über was da abgestimmt wird. Und der einzige Bundestagsabgeordnete irgendwie Ü50 ist, weil es Philipp Amthor ist, der eigentlich 18 ist. Weißt du, macht halt nichts mehr Sinn. Also ich möchte auch noch mal meine Lauscher dahingehend ein bisschen aufmachen und da noch mal ein bisschen Licht drauf lenken, weil das beunruhigt mich. Und viele andere Sachen urheberrechtlich beunruhigen mich langsam auch im Internet, die da so ein bisschen mit dazukommen, die vielleicht ein Lösungsansatz sind, aber vielleicht auch nicht. Es ist nämlich auch was. Ihr merkt immer, Ende der Folgen wird auf jeden Fall so ein Thema jetzt. Und das ist nämlich was, was ich in der letzten Folge schon mal anschneiden wollte, aber jetzt in dem Zuge mitbringe. Hast du schon was von NFTs gehört? NFTs sind, ich erkläre sehr grob von dem, was ich bis dato mitbekommen habe, digitale Wertgegenstände oder digitale Gegenstände. Sowas wie der erste Tweet von dem Erfinder von Twitter, von Zach, der ist ein NFT und den kannst du erwerben. Also diesen Tweet. Als wie so eine Sammelkarte. Das sind Momente, die du sammelst aus der Internetgeschichte. Taco Bell zum Beispiel hat 20 GIFs hochgeladen und du konntest dir für zwei Euro diesen NFT, also diesen Internetmoment von Taco Bell dann kaufen, was ein GIF war. In welcher Form? Als GIF runterladbar. Also du hast dann so eine Zugangsdatei wie so eine Kryptowährung, wo nur du dann accessen kannst und dann hast du halt so ein Taco Bell GIF und die sind halt für zwei Dollar oder 20 Dollar verkauft worden und waren innerhalb von ein paar Stunden 20.000 bis 30.000 Dollar wert. Fink-Liemann macht das gerade auch in Deutschland mit Musik, glaube ich, oder auf so einer Plattform für Musiker. Und ich verstehe das Thema nicht 100 Prozent, weil du gibst damit eigentlich nicht die Rechte ab, aber jemand kann diese Momente erwerben extern von dir. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich eine ganz merkwürdige Sache, die da abgeht. Die NBA macht das auch mit Packs, also du hast eine Webseite, wo du Packs openen kannst und da sind Clips drin von NBA-Spielzügen, zum Beispiel ein Dank von Michael Jordan über Shaquille O'Neal oder so. Weißt du, das ist dann so ein Ausschnitt, also der spielt dann in einem Videoplayer-GIF sozusagen ab die ganze Zeit und dann ist das halt dieser Dank, den du als Moment erworben hast und den gibt es nur 100 Mal auf so Webseiten und die... Ich verstehe das nicht! Ja, ja, genau. Ich verstehe das nicht! Internet-Momente werden sammelbar und sind was wert. Das ist völliger Quatsch! Das finde ich Wahnsinn und die Dinger gehen gerade durch die Decke. Wie soll denn das überhaupt funktionieren und warum nehmen das Leute an? Dann sitze ich doch daneben und sage, guck mal, ich gucke mir das gerade umsonst an. Ich habe jetzt auch diesen Moment. Ja, weil es halt sammelbar ist und limitiert ist. Ich sammle das auch, es ist auch super limitiert. Es ist halt Wahnsinn, ne? Und ich verstehe es nicht, also es kann natürlich eine Lösung sein, ja bitte, auch für Urheberrecht. Jetzt wird noch mal was erklärt. Ein kleiner Funfact dazu. Es wurde jetzt ein, also vergangene Woche wurde in New York ein digitales Kunstwerk für fast 70 Millionen Dollar verkauft. Es eskaliert. Ein Paint-Bild oder was? Pass auf. Was soll denn das sein? Ich zeige das mal gerade. Ja. Weil es eskaliert komplett momentan. Also diese NFT-Preise gehen auch durch die Decke wie nichts. Also alles geht gerade durch die Decke wie nichts und ich denke mir, wo kommt die Kohle her? Aber ein digitales Bild? Ja, Sekunde. Ich bin aber auch... Ist das dein Ernst? Das ist das Bild, was für 70 Millionen verkauft. Das ist das Bild, 70 Millionen. Mach mal groß. Und das sind ganz viele Bilder von anderen als kleine Bilder. Darf ich kurz verlesen? Ja, bitte. Also, der indische Multimillionär kann ich nicht aussprechen, hat sich als Käufer der digitalen Kollage... Krasser Name aber auch, dass er in Deutsch kann ich nicht aussprechen. Every day is the first 5000 days... So, er habe damit den indern und farbigen Menschen... zeigen wollen, dass farbige Menschen auch Mäzene sein können. Das ist also der Inhalt dieses Bild anscheinend. Es ist ein virtuelles Sammlerstück. Sein Werk ist nun das teuerste sogenannte Non-Fungible... Fungible? Non-Fungible Token, NFT, der Geschichte. Also ein virtuelles Gut, das einmalig und nicht austauschbar ist. Richtig. Genau. Das System ist vergleichbar mit dem von Kryptowährungen wie Bitcoin, bei denen ein digitales Gut über die Blockchain-Technologie einen realen Wert erhält. Richtig. Das heißt, du machst digitale Werte halt so sammeln Momente. Ja, aber einen reellen Wert, der aber auch in der Fantasie so ist. Ja, ist halt das, was ich mal dazu gehört habe, fand ich ganz interessant. Und das sind alles nur so Anschnitte. Bitte Kommentare mehr dazu. Ich will nicht wie bei der letzten Folge das Lego-Thema nochmal so verfehlen, wie ich es da getan habe. Deswegen sage ich auch hier, dass ich da noch sehr daneben stehe. Aber ich finde es halt mega interessant, weil Leute das mal in den Mix geworfen haben mit Urheberrecht. So, dass du halt alle Momente, die du hochlädst als Internet-Moment, was sie dann auch sind, als Token sozusagen erhältst. Und das dann sozusagen dein Urheberrecht ist. Und du diese Tokens sozusagen splitten kannst und das ausgeben kannst einzeln. So, dass du, und das ist ja der Sinn von diesem Artikel 13, dass du direkt belangbar bist und auch die Plattform, auf der das stattfindet. Und um das auszusourcen, du wieder diesen Token halt hast und den dann halt so vergeben kannst. Aber kann der dann multipliziert werden oder nicht? Ein Furz auf der Blockchain bringt 75 Euro. Fünf Freunde aus den USA haben ihre aufgezeichneten Flatulenzen gesammelt und versteigern sie als Kryptokunst. Die Aktion soll den Hype und NFTs aufs Korn nehmen, bringt aber tatsächlich auch Geld. Tatsache. Die haben jetzt 400, 600, 1077 Furze verkauft als NFTs. Und jetzt geht der Furz für 85 Dollar das Stück gerade. Wir haben angefangen bei 5 Cent. Alter, ey. Es ist, ich finde es Quatsch. Ich bin so alt. Hier, warte, 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 warte. Hier, Twitter, scroll mal runter nochmal. Da ist das nämlich, Jack von Twitter hat das nämlich selber gemacht. Und Twitter-CEO Jack Dorsey versteigert derzeit das Besitzrecht an seinem allerersten Tweet, das Höchstgebot liegt bei 2,5 Millionen Dollar. Das heißt, das sind tatsächlich, das ist halt das Spannende daran, du kannst es halt entweder von außen machen oder die Besitzer dieser Momente können selber einen NFT erstellen. Und dann gibst du sozusagen die Besitzrechte, das muss halt dementsprechend auch das Urheberrecht sein, gibst du dann halt auch weiter. Also es kann in irgendeiner weirden Form dann auch ein Lösungsansatz für ein ganz kompliziertes Problem sein. Ja, aber, äh, das ist ja auch komisch jetzt. Wollte ich jetzt, ist mir gerade aufgefallen, ich hab jetzt gerade meinen ersten Bitcoin-Quatsch gekauft. Oh nee, hast du nicht gemacht. Ja, und warum denn nicht? Ja, ist gut. Hey, warum denn jetzt nicht? Aber selbst das verstehe ich ja nicht. Da, bis ich da irgendwie angekommen war. Warum sind 60.000 Euro von meinem Konto weg? Ich verstehe nicht, was ich hier getan habe. Ich hab keinen ganzen Bitcoin gekauft. Aber, was vielleicht nochmal kurz interessant ist an der Geschichte, als ich meine Bitcoins gekauft habe, also mein Anteil von 0,00039 irgendwas, war der Wert, glaube ich, bei 37.000 pro Bitcoin. Und jetzt liegt er bei 60.000. Dollar oder Euro? Dollar. Okay. Ist krank, oder? Aber allein das Verhältnis meine ich jetzt. Also, ich prophezeie wie du beiden, dass auf jeden Fall Bitcoins nochmal am Ende des Jahres locker die über, also über 100.000 Dollar stehen. Also, wenn, dann 100 Prozent. Aber dann hab ich zu wenig Geld investiert. Ich hab irgendwie 150. Also, allein Elon Musk bietet doch jetzt für die ganze Tesla-Geschichte Bitcoin an. Und der hat doch selber 2,5 Milliarden oder so da reingesetzt in Bitcoin. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr machen sollen. Kannst du mir was leihen vielleicht? Ich hab schon genug für das Studio geliehen, glaube ich. Was soll das denn jetzt heißen? Ein Riesenfehler, sich für Bitcoin Geld zu leihen, glaube ich. Warum denn? Ja, frag Miguel. Hat Miguel ja was? Oh je. Nee, hat er nicht. Lass uns das jetzt nicht besprechen. Naja, auf jeden Fall hab ich schon 30 Euro verdient. Sollen wir denn, wir können ja auch Tokens rausbringen. Das können wir auch als Merch eigentlich machen, ne? Dass die Leute eigentlich unsere Coins kriegen. Ich find das so quatschig. Ich kann das jetzt im Moment nicht unterstützen. Ich sag's ja auch nach wie vor. Nächste Folge, nochmal ein kleiner Hint auf den Gast, der kommen wird, wird sowieso sehr sammellastig. Ich sag ja immer wieder, euer Geld zu investieren in alten Videospielen ist einfach die Zukunft. Ihr seht's jetzt an Pokémon-Karten. VGA's und Videospiele kommen auch gerade krass zurück. NFTs vielleicht dann dementsprechend auch. Also das Sammelding und dadurch Wertsteigerung, das kommt zurück. Ich muss auch sagen, durch die ganze Corona-Sache, also nicht nur in der Pokémon-Szene gehen die Preise nach oben. Ich bin richtig wütend jetzt. Meine Sammlung ist auch ganz okay, hat ganz okay performt. Ja, aber wenigstens hast du deine Karte in der Hand. Ich bin richtig wütend auf die NFTs. Ich funzt dir auch ein NFT, wenn du willst. Wir können das ja als NFT immer verkaufen. Wir können ja Schurze als NFTs festhalten. Aber dann müssen wir übel viel waschen. Das ist in der letzten Folge nicht mehr mehr drin gewesen. Was ist nicht mehr in der letzten Folge drin gewesen? Das Schurz-Thema. Das Schurz-Thema. Hatten wir eins? Hatten wir eins? Das wäre wahrscheinlich nur ein Satz. Ja, jetzt ist gut, dass wir kein Alkohol mehr trinken, dass wir damit aufgehört haben. Alter. Leute. Die Folge war richtig scheiße, ne? Boah, Junge! Du kannst nicht immer gehen, sagen, es ist scheiße. Mario Bart! Selbst in der Krise bleibt er sich treu. Selbst bei Mario Bart ist jeden Tag noch alles super. Super toll ist das hier in der Krise. Mario Bart gibt niemals auf. Mario Bart ist einfach der, den wir brauchen im Envertainment-Bereich. Mann! Mann, war das Scheiße heute, sagt er am Ende. Da fällt mir eine lustige Sache ein. Wo du Mario Bart sagst. Die mache ich aber nächste Folge erst, wenn es wieder gut wird. Bringst du die Mayonnaise mit, wo ein Bart dran ist? So wie Joko? Weil Mario Bart? Das ist der Joko-Gag. Das ist sehr gut. Man sieht, der klappt immer noch. Ich habe was sehr Lustiges hier dabei. Aber das mache ich mal in der nächsten Folge. Was machst du in der nächsten Folge? Oh, ich habe noch Games der Woche. Ja, bitte, Mann. Mach mal kurz den Jingle. Games der Woche! Nee, das ist nicht der Jingle. Aber ich möchte mich kurz bedanken. Ja, bedanke mich mal kurz. Wir bedanken uns auf drei bei jemandem, der uns sehr wichtig war diese Woche. Wir bedanken uns bei... Okay, eins, zwei, drei. Mario Bart! Das ist sehr wichtig. Dankeschön, dass ihr beide immer noch so standhaft seid. Endlich hat die Veränderung ins Land den Einklang gehalten, seitdem beide das Land regieren. Jetzt haben wir auch nicht geredet über das weiße Haus, dass die da diese ganzen Kiffer rausschmeißen und so. Kiffer? Ja, die haben eine ganz andere Policy gemacht. Die schmeißen Kiffers raus? Ja, die ganzen Youngster. Ich dachte, die machen nur so coole Sachen. Da gibt es doch so die ganzen Interns und so weiter. Da musst du immer so einen Zettel ausfüllen. Ob du gekifft hast oder nicht und wann und so. Und Leute, die jetzt vor drei Jahren mal was gekifft haben, die müssen jetzt weg. Warum guckst du jetzt so? Warum guckst du jetzt so? Das Thema haben wir jetzt nicht besprochen, aber das war ja jetzt auch vielleicht nicht so schlimm. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben auch viele andere Sachen nicht besprochen. Sehr viele Sachen! Weißt du, was wir noch nicht besprochen haben? Was denn? Robert Geis wurde verhaftet. Was? Ja. Achso, ja stimmt. Und er verklagt Spanien. In Monaco! Er verklagt Spanien! Jetzt kann man hier mal meinen Monaco! Ja, in Monaco wurde der verhaftet. Was hast du in Monaco? Monaco wurde der verhaftet, ja. Aber Monaco ist doch nicht Spanien. Wegen was, was er geklaut hat vor 20 Jahren angeblich. Da waren die empört, die Geisens. Empört. Aber war das nicht irgendwo... Ist Monaco... Monaco ist doch nicht Spanien. Monaco ist am Meer. Spanien. Smalltalk. Vielen Dank. Spanien. Vielen Dank. Games der Woche. Mr. Prepper kam gerade letztens raus. Mega gutes Spiel. Loop Hero. Hab ich gespielt. Ist ein sehr gutes Spiel. Hab ich gespielt. Ist mega gut. Und was ein spannendes Ding ist, sehr Early Access, heißt Hellish Quad. Schaut mal rein. Es ist, glaube ich, im Moment auch umsonst spielbar, weil es noch sehr... Früh in der Entwicklung ist, ist so ein Säbel, wo du dich... Wie das eine Säbelspiel, was alle mal mochten, wo man so durchläuft. Nee, es ist so wie... Es ist so wie... Wie Mortal Kombat oder Street Fighter. 2D so, aber in 3D. Aber mit so Säbelleuten. Säbelfechter rein. Hast du mal Spotify in unsere Viewer-Statistik gehört, dass immer bei Games der Woche einfach ein großer Knick nach unten... Immer sofort die Leute wegschalten. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke fürs Wegschalten. Schön, dass ihr heute da wart. Und wir hören uns dann nächste Woche. Und die Grüße gehen nochmal raus, natürlich, an Robert Geis. Wir trauern... Wir halten... Was ist denn der Folgentitel? Er wurde ja nicht verhaftet. Was ist denn der Folgentitel? Äh... Der Papst der Arsch. Nee, der Arschpapst. Der Arschpapst. Oh Gott, das geht nicht, ne? Doch, das geht nicht. Geht das? Der Arschpapst? Ich finde das mega gut. Robert Arschpapst. Wieso denn Robert? Mach doch mal die Endmusik an. Mach doch mal... Oh, oh, die läuft... Die läuft im Loop. Aber wir können jetzt einfach mal eine Stunde nochmal reden. Nochmal eine Stunde reden. Also machen wir Robert oder machen wir nicht Robert? Ich finde ohne Robert. Ohne Robert? Ja, das passt so. Ja, da ging es zu wenig um Robert Geis. Macht doch gar keinen Sinn. Der Arschpapst. Jogi Löw hört auf, ne? Dieter Bohlen auch. Angela Merkel auch. Coincidence? I don't think so. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020